es gibt vorreisen wie geht es euch wir machen normal wir sind normale menschen wir machen normal okay wir sind nicht normal aber du nicht lieb vielleicht die aber ich liebe ich bin lieb jeder hier hat ihre letzte prüfung bestanden ein schönes frauen jetzt der händelig ist Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Ödlich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgeschlossene ist zu meiden. Die Ausgeschlossene ist zu meiden. Die Ausgeschlossene ist zu meiden. Ich glaube auch. Oh, meine Eloy! Ich habe eine Sacketze neben mir hingegangen. Aua! 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 Dass man das noch nicht im Mikrofon hört, ist aber auch schon alles. Hallo Toastie! Happy Birthday! Ach sorry, herzlichen Glückwunsch! Danke! Geburtstag ist schon eine Weile her. Ich verstehe den Stream nicht so laut, dass der läuft. Danke, Ren. Oh guck, meine Ratte! Schau, ob ich sie als Haustier habe. Gut, ähm... Klettern geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Hm, gehe ich euch zu, oder denkst du? Geht da dann. Hi. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Ich glaube, es ist klein genug. Ach, vier. Okay, okay. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Sieht aus wie... Ach, Wasseranlage oder so? Das ist keine Roboratte. Also, nein! Kein Haustier! Ich kann fast genauso gut hüpfen wie ich. Ich... Klein... Ich komm da nicht hoch. Ich kann fast genauso gut hüpfen wie ich. Fast gar nicht. Fast gar nicht. Zu spät! Ja, er ist auch nicht da. Jetzt stellst du dich aber selbst auf ein Podest. Die Kleine kann höher springen. Ja, gut. Kann sie. Voll gemein. Der Titel gemobbt. Ich gucke den Greifer. Ich gucke mich mit hoch. Hallo? Oh, was ist das denn? Ich will da rein. Da ist auch nichts. Ich sollte, glaube ich, auch übrigens meine Kamera mal so ansehen. Jetzt, jetzt, jetzt. Könnt ihr meine Aufgabe sehen? Mehr Fledermäuse. Hallo? Sie hat eine Aufgabe. Ich? Nein, nein, nein. Da vorne ist irgendwas. Ich bin's nicht. Das sind ein paar Fledermäuse, ja? Kamera ist doch sowieso immer ein Weg. Ja, gut. Sorry. Die sieht mehr als ich. Ach, da! Wird sogar angeleuchtet. Da blenkt doch etwas. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Der Controller macht Geräusche. Aus? Ah! Aus? Ah! Loll, ihr hört meinen Controller! Ich gehe mit allen DLCs dreimal durch! Uah! Krass! Ich hab's noch nicht gesehen! Aber hey, ich baue sie ab! Ich finde einen Ausweg! Ich will mich aber umgucken! Ausweg ist langweilig! Bunkertür! Brandschutztür! Verstärkt! Verschlussintegrität erhalten! Zurück! Eine Metalltür! Verschlossen! Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus! Was? Wie geht die nur auf? Da ist was! Es hängt mit der Tür zusammen! Road Nexus! Sicherheitsverschlüsselungs-Port mit holographischem Display! Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen mit Voloschlösser entnennen! Noch mehr Lichter! Ups! Netzkabel! Verstärktes Platin-Kabel! Poloschloss! Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI-Interface nicht verfügbar! Ich glaube, ich muss da rüber! Ich frage mich, ob ich gerade die Einzige hier bin, die das Spiel noch nicht durch hat! L ja! Mist! Ah! Nein! Das ist bestimmt super! vermutlich sicher Mist Ich hab mich so old drauf morgen, äh 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 lass doch was zwei Nein Ist zumindest von dem einzigen was ich weiß was morgen rauskommt Bildchen entlass ich Wird schon so hinkommen Im übrigen finde ich wenn sie die Treppe runter läuft sieht das aus als würde sie gleich hinfallen Ich hab ne Collector's Edition gekauft aus Amerika Uh Oh Collector's Edition sind super Was ist das? Und noch eins Oh 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 Er ist nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen, kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen, kleinen Mann. Ich glaube, es war sehr Spaß. Super und teuer. Ja, viel zu teuer. Wobei, ich hatte sogar schon mal eine Collector's Edition im Saturn für 5 Euro bekommen. Das arme Spiel. Ich habe gerade nur den Namen vergessen. Wo geht's da rein? Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr mit der Nacht erreicht. Und ich denke mir, versteht auch so niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay, ich kann eine Rolle machen. Wee! Okay. Sie kann zwar nicht sonderlich hüpfen, aber hey, könnte keine Ausweichrolle. Ich rolle. Gott. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, das uns das Leben ein. Schmerz sein, er verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhalten. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay. Ich kann eine Ausweichrolle. Na gut, ich kann den Berg runter. Kann ich auch. Ich kann sogar hinfallen. Ich setze dir jetzt mal ein Ziel. Horizons bis 2021 durchspielen. Das kriege ich hin. Dann spielen wir den Nachfolger. Ich bin fertig mit der Nachwelt. Ich bin fertig mit der Nachwelt. Ich meine ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten. Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht hier genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Genauer gesagt, bis Forbidden West rauskommt. Ja. Denk mal hin. Ich habe den Trailer von Forbidden West gesehen und mir gedacht, okay, ich sollte Zero Dawn endlich mal durchspielen. Ich bin fertig mit dem Trailer von Forbidden Westen. Ich glaube, bei Forbidden Westen werden wir ein Problem bekommen. Ah, da kann man schlecht spielen, wenn ich doch dort im Wohnzimmer bin. Dort im Wohnzimmer. Ach ja, da wohnt er ja schon mal anders. Zu Not müssen wir es halt zweimal holen. Es ist schon zu spät. Aha! Die Erde wird sich bald auflösen, wie Schnee, die Sonnen aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach ihr unten rief, wird ich nicht mehr ein sein. Die ist ja gruselig. Wo musst du zu den Streams die das rausrecken? Karan, los, gib mir das Spiel. Ich bin übrigens für ein Entpacken im Stream, wenn das rauskommt. Wir müssen ja die Sammlung vergrößern. Ja, Collectors Edition! Tschüss! Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast in diesem Retro-Klamant. Zumindest diese Reche. Du musst wegschauen, sonst hast du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade mir erblüht war, für dich so. Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Macht doch nur Sinn, wenn es als Collectors Edition oder ähnlich rauskommt, oder ich bin hier in der Hülle und da ist eine Disse dran. Irgendwie, an der Hülle. Oh, guck mal, ich hab eine CD. Ich glaube schon, dass da eine Collectors Edition rauskommt. Er ist da. Horst hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Ich komme. Lauf, Eloi. Komm, Kind. Nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Ich bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Hä? War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy. Solche Dinge sind gefährlich. Nein. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen, zu jagen. Ja, wir lernen jagen. All diese Formen. Was bedeuten sie? Nimm deinen Boden. Boden? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Wir gehen jetzt ins Tal. Du hast die Collectors Edition Mikrofilm. Ich will sie sehen. Nein. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Nein. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeige dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist dein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinem Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer Teil der Beeren aus Blumen und Klanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Ähm, Becken? Ja. Vorherrennen. Ciao. Na gut, ich warte jetzt. Abwärts ist eine Maschinenherde und ich werde dir zeigen, wie man da ist. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Oh, volles Licht. Aber voll hübsch hier. Ja. Darf ich hierbleiben? Ähm, wo ist er hin? Da. Baby. Baby. ...ausweichen, wenn du mit der Wildnis überlegen bist. Ich zeig's dir. Hör nur zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass mich vorbeigehen. Babies. ...und folg mir über den Faden ins hohe Gras. Oh, der ist weg. Schieb mich doch nix. Ach da. Rüppel. Wir sind die neu für 300 drin. Oh. Oh, okay. Final Fantasy X hat auch 300 gekostet. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Also, hey, das wird schon so irgendwie hinkommen. Okay. Wer ist das? Ich ignoviere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Seth! Komm nach Hause zurück! Seth! Wo bist du? Ignorier ihn. Wir sind Ausgestoßene erst vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt. Suchen wir die Herde. Folg mir. Ja, aber die war nicht... Wie viel ist das draußen? Äh, Horizon? Ähm... Also, ich würde sagen... Mindestens drei Jahre. 2017. Ha! Drei Jahre. Ich bin gut. Daddys. Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge. Wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Tu, was ich sage, Eloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folg mir. Wollte ich eh machen, also. Nein, die reichen nicht. Ich muss alles mitnehmen. Ich bin doch nie weg. Bin ich fertig mit Loten. Was ist das denn? Nein. Ich hab's getröht. Ja, schon. Mann. 28. Februar. Hätte ich mir eigentlich die Collectors zu Geburtstag holen können, wenn ich auch mal schon gewusst hätte, wie das Leben wird. Ich hab' ne Bedienungsanleitung für Steine. Scheinbar. Hör auf zu drüben. Da ist die Herde. Okay. Werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nicht, oder? Nein. Aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt ihr die Herde und sie fliegen, wo wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt, und bleibst hier an der Kante. Auf meinem Signal wirst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Hier, Stein. Habe ich doch. Tschö mal! Ach, fertig! Teamwork! So, komm, jetzt ist es sicher. Okay. Ich kann auch alles nehmen. Oh, okay. Okay. Hier. Ich kann Pfeile herstellen. Ninja. Duck dich ins Gras. Und sei leise. Ninja. Zeit für deine ersten Beute, Aloy. Ein Volker. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können jeder töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick. Aber sie haben auch einige Schwachstellen. Und die Augen. Könntest du noch einen? Das Gerät! Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das denn Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät, das Gerät weiß es. Das Spielzeug, wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge oder auf den Behälter und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Weiter feuern! Oh mein Gott. Ich hab's übrigens nicht gehört, was war. Also, bis auf das, dass ich anscheinend jemand Hilfe brauche. Die würden uns auch nicht helfen. Kleine Beine, lauf schneller. Hello, Beidon! Oh, wow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Ich kann das. Hey, mein Bogen! Gott. Was ist die da hin, die Verteidigung? Ich muss das langsam machen und leise. Ich muss das langsam machen und leise. Ich bin nicht sicher, wie lange der da steht. Soll ich rüberlaufen? Ciao! Oh, oh, er läuft weiter. Mist. Er hat geschrien, aber sonst ist alles normal in einer Welt, in der Tiere zu stehen. Stehen. Ja, dann. Wir dürfen uns nicht sehen. Ah. Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich nicht vorbeischleichen kann. Hm, hm. Warte. Oh. Okay. Ich muss sehen, wo du hin gehst. Fast schon. Fast geschafft. Hey. So, der bleibt da stehen. Lau. Puh. Das ist gut. Hey. Was? Shhh. Oh, okay. Oh nein... Mache? Die Scheiße auch nicht irgendwie Ich bin allwissend Das war's für mich Es war's für mich Stop! Bistang so! Also, ist es kein Spielzeug. Warte. Du Mutter, beschütze sie. Ich beschütze euch beide. Junge! Sie rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Voll gemein. Boah! Ich kenn den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte 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 den Mund, Junge. Bleib weg! Nichtmutter! Ich glaube, Aloy ist toll. Also alle wissen, dann sag mir mal, hm, was ist 3x7? 42! Das ist die Antwort auf alles, ha! Ah, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen das? So einfach ist es nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Wie ihn bestehen, werden Kriege. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Einen Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mach ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Aloy ist sehr motiviert. Ich sag doch, ich bin allwissend. Er hätte übrigens auch so gern so ein Ding, was Aloy hat. Ja. Ja. Als wenn es sehr praktisch zu sein. Das ist körperliches Geschick. Oha. Den Fokus. Okay, jetzt probiere ich mich auch. Toll! Körperliches Geschick kann ich eh vergessen. Ja, die ist nur richtig, ich liebe sie. Jaaaa! Ich bin die gerade auch voll toll. Frost! Frost! Wo ist der? Drei Tage vor der Erprobung der GF nicht auf? Ich bin gar nicht in mir. Juhu, Stupe 3! Geil! Gleich mal gucken. Ähm... Schlagdrücker, einzelne kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schrauben zuzufügen. Jägerreflexe, beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamen. Der Gesandt nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Verstande beim Ziel frei und die Zeit verlangsamen. Drücke 1 war in Angriff der Gegner am Boden stark stetig. Leichte Schwerangriffe schlagen wahrscheinlich Rüstung und Bauurteile. Jocke mit im Werkzeuge-Modus, äh, Menü ein Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt, der Aylor im nächsten Zentrum ihres Blickfelds zu erledigen. ...eine Heilung aus dem Umfeldbeutel, zusätzlich in natürliche Rohstoffe zu erledigen. Hm. Hm. Schwierig. ... 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 maschine kräftiges mädchen Oh, Schnellspeichern. Überraschung. Hey, Roast! Roast! Wo bist du hin? Oh, da oben. Ich hab ihn gefunden. Was macht der hier oben? Er steht ja einfach nur rum. Was ist mit ihm los? So nicht. Aha! Oh. 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 Du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was sie mir beidringt. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion. Doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Äh, das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die Kauze der Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg dir eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ebenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Karst vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft ein Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Merkwürdig. Das ist eine kleine Karte, ja. Hm? Okay. Und fahrt dem Weg folgen. Was macht der wohl da oben? Die Aussicht genießen, hat er bestimmt noch nie gesehen. Natürlich nicht. Ja, bis hier die Füße kühlen. Ja, ich find das schön. Liebe Schnee. Schnee ist super. Äh. Ja. Das da hinten sieht normal aus. Und das hast du heute noch durch. Ja, ich glaube nicht. Ja. 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 Ja, ich spreche an. Ach und äh... Danke für die Polo Toastie. Hm. Ja. 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 Das hält sich eine Weile. Neira ja auch für ihre Deathsport in Genie-Trans bekannt ist. Ja, klar. Großkamera ist immer im Weg. Ich glaube, unten ist er verdeckt. Hm, krass. Hm, hm, hm. Ups. Zeit? Ach man. Ich hoffe das. Ich glaube, hier verdecke ich auch nichts. Ohne Speicherpunkte durchspielen. Ha, 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 der war gut. Dann werden wir nie fertig. Challenge. Nee, nee. Oh. Er sei rechts in der Mitte. Ha. Da habe ich es auch hingetan. Ich stelle mir alles auf. Ja Mann, stell dich doch nicht so an. Und ich nochmal dran ist. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bezeichnen. Müsste, der andere hat das auch mitbekommen. Nicht da. Ja, guck mal, da liegt ein toter Freund. Komm her. Einfach in die Mitte des Bildschirms. Schau mal da hin. Ich komme her. So. Meine Steine nehme ich auch wieder. Ich glaube, Metallscherben haben wir genug. Ja, aber da ist auch keine Gruppe. Ihr könnt hier auch hin. Voll. Weil ihr dann auch bestimmt noch so viel vom Stream seht. Also, vom Spiel. So, die will wissen, was das für ein Ausdruck ist. Hör was, Vivok. Finde ich doch nicht so. Das geht schon klar. Du bist in einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Seht sich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Geschweige denn mir folgen. Hilfst du mir suchen? Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von mir. Ich habe sie verboten, aber seit ihrer Mutter starb, dann nimmt sie sich im Möbel. Verdammt sie mich an. Bittbar und Krüppel dazu. Mein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte. Hilf mir bei dieser Sache. Oh, cool. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Na gut. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ich will ja mal nett sein. Hey, was ist das? Mutter her. Ah ja. Okay. Ich kann lesen. Du weißt. Ja. Ich glaube, ich muss diesem Weg folgen dafür. Will's nett sein? Ey, es kann lesen, Hilfe! Wolle was Neues, ach warte, ist ja ein Gelb, ich bin nicht auch allein zu mir, oha! Manchmal bin ich auch nett zu dir, Ani. Manchmal, wenn ich schlafe. Ach, was? Ja, schreien auch lauter. Ist okay, Mädel. So, hilf mir doch jemand! Frei leise! Hilfe! So, hilf mir doch jemand! Ja. Ist ne super Ablenkung, aber... Würde ich mal behaupten. So, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Oh! Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht runter! Dann kennen wir uns jetzt ja! Hilfe! Ja, wenn nicht, ist sie! Bitte! Du! Was war mit umzingelt? Oh, da hab ich wen übersehen! Hey, ein Wächterherz! Aua! Ach, da ist noch einer! Danke, dass du mich bei diesen Maschinen gerettet hast! Hey, ne plus 5 Schadensprule! Kann ich kurz mit dir reden? Nein, 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 kannst du nicht. Ciao! Ja, okay! Danke! Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke! Dein Vater schickt mich zu dir! Es ist Zeit, heimzukehren! Dachte ich mir! Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Flinderer habe! Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten! Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht! Und mein Vater hat ihn einfach verloren! Das wollte er nicht! Klünderer sind gefährlich! Ich weiß! Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen! Dein Vater ist krank vor Sorge um dich! Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe! Er will... Er will dich bloß nicht verlieren! Ich weiß! Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen! Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Lieder gefolgt! Hab ihn sogar kurz gesehen! Doch da war ein Wächter mit und rief seine Meute! Ach, Urmutter! Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen! Ja, dann musst du trainieren! Ich suche deinen Speer! Wirklich? Och, danke! Such du deinen Vater! Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutter her! Oh nein! Okay, ich gehe sofort zu ihm! Nochmals danke! So, ich besorg dir deinen Speer und dann kannst du damit mal trainieren! Du meinst, wenn du mich im Schlauch schlägst, weil ich dich vom Blöden schützen will? Ja! Aha! Mann, hast du schon gesagt, dass sie dich als böse Monster hält? Hab ich ihm auch schon gesagt! Er glaubt mir nicht! Ich! Ich bin doch nur haarig und laut an... Oh ja, sie... Aber sie müsste doch wissen, dass ich mit... Dass ich mir kein Monster nähern will! Oh Gott! Aber du bist doch das Monster! Ich muss doch vertreiben! Hey Leute! Plündere sind gefährlich! Halo! Aber nicht für mich! Da muss ich überhaupt hin! Oh, ich muss... Spuren! Oh! Spuren! Oh! Spuren! Oh! Oh! Spuren! Oh! Nein, wir stehen. Nein. Nein, wir stehen. Das macht und Mutters wiegen. Irgendwie hat das alles was mit Mutter zu tun. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur freude, müsste ich den Speer finden. Plünderer. Jagd nach dir. Das ist... Bleib es doch. Glauben. Warum konnten sich die Menschen im Zeitalter von Maschinen nicht daran gründen, sich von Schrauben und Altöl zu ernähren? Juuu. Schön knusprig, so ne Schraube. Bisschen würzen, dann ist das bestimmt fast wie Chips. Vielleicht nicht ohne Ketchup. Lebe ich im Zeitalter von Maschinen? Noch nie. Vielleicht irgendjemand. Und hier bestimmt wird in den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Okay, ich guck drüben. Tab. Ups. Boah, ist der weit gelaufen. Ich zeige die Stolperfalle von Kast zu kaufen. Das Stolperfalle brauche ich nicht. Ich habe mir mal ein paar neue Pfeile hergestellt, bevor die mir noch ausgehen. Ich habe mir mal ein paar neue Pfeile hergestellt, bevor die mir noch ausgehen. Hallo? Ich spreche. Ist das da oben? Arena, nur für uns. So. Jetzt hole ich mir den Speer. Jetzt hole ich mir den Speer. Den kriege ich. Nere stolpert auch ohne Falle ganz gut. Ja. Stolpert bin ich super. Oh. Oh. Was tut die? Hör doch schleichen! Okay! Kräftig! Ah! Gut. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurück zu haben. Gar nicht da! Tschüss! Ach, was die erledige ich auch noch. Ah! Nein! Aua! Wer ist hier? Du bist nicht da? Wer streamt denn dann? Ähm... Das ist eine Illusion. Da kommen sie! Oh! Kein ja lustiges... Oh! Aua! Okay! Okay! Oh! Ich bin schon wieder runter. Auf jeden Fall! Schreibt! Deswegen kann ich perfekt drauf antworten. Hm... Nein! Ich bin nicht doof! Wie kommt ihr drauf? Ja! 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 Ich bin. Einfach mal. Ja! Ja! Ich bin ein Ja. Ich bin ein Ja. Ja! Ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein! Dann, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst zerrenkt du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen. So oder so. Gibt's einen Grund, warum du heute so grießcremig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Glaubst du, ich erzähl herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nicht. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Der einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Ross. Ja, tja. Er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er's wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Ross. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch, nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein. Ist ja lebenslänglich. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du hier selbst einer warst, oder? Ja. Ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagt, mich sei verdorben und gab mir fünf Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich stolzen konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber... Ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute einfach überall. Mir gefällt es mir besser. Abseits in Ruhe. Frieden. Jetzt ein Geschenk der Alten. Okay. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich hab vor kurzem einen Plünderer erledigt und die Linse ist perfekt erhalten. Was beurteile ich? Zeig her. Ah, ne. Ich darf kaufen. Ah. Hüpf. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfein hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt lass los. Erstmal überall Sprengfein. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Schaden zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß. Vielleicht habe ich etwas, was dir bei der Erprobung hilft. Und ich glaube, das war dann wohl alles. Okay. Viel Glück bei der Erprobung. Urmut des Segen und all das. Ich habe mich nicht mehr darüber gefreut, dass ich das geschehen habe. Okay. Nach Kampfe habe ich tatsächlich überall Stolperfall liegen geschmissen. Ja. Ja. Boah. Heiplatte. Ja. 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 Ach ja, das liegt ja praktisch auf dem Weg. Auf Trinken erhalten wir uns. Kann ich das toll finden, wenn ich in die Stadt gehe? Ach, ich werde wahrscheinlich nicht nur ignoriert. Ach ja. Ja, was geht? Mir doch egal! Ich bitte, weil ich genug Fleisch habe. Da, da war die Halbpflanze. Okay. Abkürzung! Finde ich auch. Ich muss einfach alles mitnehmen, bis nichts mehr geht. Oh, das ist doch. Oh. Ja, du, du. Wobei, du darfst auch gern herkommen. Das ist super. Komm her. So ein braves Tier. Maschine. Was auch immer. Ich glaube, ich habe zu weit geworfen. Hier ist auch... Sind die eigentlich Gras? Hier ist auch frisches Gras für dich. Ja. Mein Stein wieder. Da. Da hat geworfen. Moment, falsches Thema. Ich habe nicht geworfen. Ich kann nicht werfen. Und hier bin ich auch nicht. Selbst ein Pferd. Bleib stehen. Tada. Sieht doch ganz gut. Gut, dass ich das gefunden habe. Ähm. Das war ich jetzt aber nicht. Den Loot nehme ich trotzdem. So. Die müsste noch hier irgendwo sein. So. Und hier ist der Tartan. Eloi ist zurück. Mit dem Bär. Erst bringst du mir Arana zurück. Und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Zum Glück. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Fritz hat sie mir verraten. Ich seh mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen, habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hatte es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Ich bin ja eh schon ausgestoßen. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Das kann ich mich auch mit denen unterhalten. So. Habe ich noch? Ist auch. Geht mit Gerater. Ah ok Yay level up Ja der Platz Ich bin da jetzt am schlauesten hoch Ach einfach klettern Gut gehen Das war ich auch nicht Hier sind überall ungelotete Wächter rum Oh Mutter Als mein Name gegen den Berg flog Hast du ihn nicht zurückgeschickt Du hast ihn im Herzen behalten Ich weiß Auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind Bin ich sicher So eins muss man ihr lassen Sie hat eine tolle Aussicht da oben Warum sollen sie da nicht liegen Weiß nicht Hallo Grata Urmutter Seit meiner Verbannung Bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss War ich nicht standhaft für ein Stein Damit nähe dich Urmutter Und sorge erneut für mich Freu dich Grata Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen Urmutter Deine Stimme peitscht wie ferner Donner Ich höre die Klage Lieder Urmutter Ich würde einstimmen Hab aber meine Gebetsperlen Am östlichen Ausblick vergessen Verstehe ich Warte in deinem Lager auf mich Grata Ich tue was ich kann Okay Wie sehr Lustig Dann Holen wir doch mal Ein paar Gebetsperlen Wir haben gerade den besten Charakter gesehen Oh Oh Der Krieger fahrt durch den Felsen In der Nähe Recht Ich mag meinen Bogen Lief doch ganz gut Gut Roschen Ach da hoch Grata mag form sein Aber es braucht starke Arme Um schnell zum Ausblick zu gelangen Ja Die Alte scheint noch ziemlich beweglich zu sein Die Alte scheint noch ziemlich beweglich zu sein Moment ist es hoch Ich bin hier vor Ich bin hier vor Ich bin hier vor falsch. Ach da! Vielleicht bin ich auch einfach blöd. Schau schon, hoch. So, und höher. Ich finde die Aussicht hier auch mega. Schiene da hinten. Hier ist es toll. Hier bleiben. Hier oben. Cutt die mich gerade. Ich dachte da würden sie einen runterhängen und dann sprengt die. Ups. Hier wird die Perns hoch. Hier wird die Perns hochgekommen. Fleisch hat sie ja glaube ich schon. Hä? Ein bisschen Luten nebenbei. Gut. Prater. Ich glaube das ist aktuell die letzte Quest die wir noch haben neben der Hauptquest. Müsste. Normaler Weg kann jeder nehmen. Das ist Grater. Allein mit der Urmutter. Wie sie es nicht anders kennt. Hier sind deine Gebetsperlen, Grater. Jetzt kannst du was du brauchst. Oh Mutter. Oh Mutter. Jeden Morgen sehe ich deine tränende Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir. Aus Dankbarkeit. Für sie weinst du aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grater. Ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Probung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter. Ich danke dir für die Güte die du erweist. Wenn dir Probung kommt. Mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger glänisch sein. Ich glaube ich weiß was du sagen willst. Die Pulgrater. Vorerst. Ich spiele einfach immer querfeldein. Das stimmt. Ich bin nicht die Jahre meiner Hingabe an dich. Ich bin nicht die Jahre meiner Hingabe an dich. Ich bin nicht die Jahre meiner Hingabe an dich. Lass mich dir zuflüstern. Wie das Rascheln des Grases. Mir dein Trübendes Flüstern. Mir dein Trübendes Flüstern. Aber noch. Ähm. Ja. Total Stolperfalle. Hm. Ist eh erste Stufe. Gut dann. Prost. Alle Aufgaben erledigt. Schick endlich mal was. Ja ja ist okay. Nee. Sag ich doch bester Charakter an. Ja. Ups. Hier oben ist voll süß. Merkwürdig. Aber süß. Ich schweiß. Ich schweiß ja mal. Waschbär. Ein Waschbär. Ein kleiner Waschbär. Okay. Ich hör auf. Waschbär. 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 Oh das ist schlecht. Oh das ist schlecht. Das mit dem Haarkampf übe ich nochmal. Und ich sollte mir neue Pfeile machen. Waschbär. Ja. 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 Na ja. 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 Geräusche. Ja. 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 Ich habe dir sogar ein Feuer angemacht, jetzt ist es wärmer. Das erfährst du früh genug, wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich habe Grata Kaninchen gebracht, sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Das sagst du immer, aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Ich verstehe nicht, die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich war übrigens bei Kars und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Geldsetzenlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist die Affäre. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Also, Ross, ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich will... Ich mach das nicht. Ich tue nicht so, als hättest du mich nicht großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß. Und es ist mir egal. Ich weiß, die Pflicht, so wusstest du, Ross. Aber bisher hat das Standesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das hat sie mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das. Also, wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das gesetzt ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Gute Nacht, Aloy. Schlaf war ich ja frei. Okay. Schlaf war ich ja frei. Ich werde mich kurz hinlegen. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Bildnis, Ainoi. Volle Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nimmt die Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wichtiges. Als sie vor zehn Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Kinder getötet. Oh ja. Großes Tier. Juuu. Sieht spaßig aus hier. Ich glaube, ich zurecht den Wächtern und den Pferden. Folge dem Fahrt. Es ist nicht weit. Wie ist das? Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jagen will. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jagen will. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jagen will. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jagen will. Ich komme hier. Ich komme hier. Ich gehe nach einer großen Maschine. Ich komme hier. Ich gehe nach einer großen Maschine. Ich will antworten. Sonst würde ich ja keine Fragen stellen. Ich gehe nach einer großen Maschine. 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 Ich bin gar nicht da. Du hast mich gar nicht gesehen! Sehr schnell! Hey, ich habe einen Charme gemacht! Jo, der hat einen Stein zertrimmert. Ist okay. Alter! 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 Boah, Mann, 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 Mann! Puh! Hat das denn taktischer erledigt? Hey, ich bin runtergefallen! Komm, jetzt sieh dich! Hier ist niemand! Ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Ah man ich bin ich bin ich muss ja noch ein bisschen Geh, du sollst weitergehen. Noch ein bisschen rumprobieren. Aha! Ah! So funktioniert das. Wie ein Pfeil nutzen. Danke. Bye! Oh, ich leg mal noch ein paar, wenn ich schon mal hier... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du, ich weiß nicht, was du meinst Tschüss! Ah, warte, ich bin doch Aua! Komm mal mit! Ja! Tschüss! Gibt doch! Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten Überleben erfordert Perfektion Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Meinen Stamm? Du sagst jetzt, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folge mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßener sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Russ. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh. Und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Hm. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Großzügige Belohnungskiste. Andi. Und dann sehen wir uns in Mutterherz. Oh. Ich stelle mich. Hm. Ich muss doch kurz sagen, warum kann ich mich das machen? Gut. Gut. Späuchern. Oh, level up. Apropos. Apropos. Ich könnte mal wieder Punkte verteilen. Hm. Frage von oben. Aber machen wir glaube ich später. So oft wie ich runterfalle, lerne ich das hier. Hahaha. Wow, das habe ich nicht einmal verwendet. Mist. Oh, schon keine Punkte mehr. Ach, weil das 2 gekostet hat. Ja, 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 okay. Oh, als Quest habe ich nur mit Ross zurück. Zumindest erst mal. Dann sehen wir auf dem Weg noch was. Dann sehen wir auf dem Weg noch was. Doch endlich. Egal, Pflanze ist Pflanze. Du süß mich nicht! Ich glaube ich auch nicht. In den Po. Oh! Warte. Da hab ich mich aufgepasst. Okay. Ich mache übrigens gleich mal eine ganz kurz Pause. Kurze Toilettenpause. Nachdem ich mit Rost geredet habe. Oh? Hm. Oder um StuhlTV. Mit StuhlTV. Wow. Richtig einsteck. Richtig einsteck. Weinstein. Oh, du hast meinen Namen gesagt. Ich will nicht reden. Tschau. Tschau. Bis gleich. Tschau. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, endlich antworten. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Ach, wie gesagt, Eloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du. Abvertrauen, Eloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Oh, na gut. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Eloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns hier wiedersehen? Nein. Nein. Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich spreche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst dich nicht finden. Das ist der Abschied. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das her, wenn ich dich finde. Ich bin dafür, dass wir ihn wiederfinden. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin deine Spur führt. Gut. Ja, das wird bestimmt super. Du gehst um, aufgeschlossen. Oder blutest. Deine Wahl. Welchecera, die vor. Krieger, lass sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Yessa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschreiben. Du. Was? Einige fremde Stammesgesandte, die Tarja. Wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Tarja hasse. Tarja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts ins Land. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Mach ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schützt uns. Was ist denn noch? So viele Menschen. So viele Schlucke hoch. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern. Ja, heute ist echt wenig. Die wiederholen sich. Und Ruzo. Okay, ciao. Ciao. Oh, was ist das denn? Ah. Bah. Gut. Heiß. Hey, Leute. Du bist es, oder? Hier drüben. Hey, Leute. Hey, hier. Ich hab etwas. Du bist, Hey, Leute. Nicht wahr? Hab ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tiersa sprach? Ich kenn dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen kennengelernt. Ja, immer noch. Ich muss kurz danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kennst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ja, ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst ihn. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe, Kammerz. Als ein Geschenk. Ich denke. Ich bin nicht. Könnte ich mir leisten. Aber ich lasse es erst mal. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Seth. So etwas habe ich noch nie gesessen. Das ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhangen. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tiersa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge hervor. Jede Kluft sagt ja etwas über fremde Stammesbesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karchar, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen. Oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt. Du solltest dich ducken. Okay. Danke für die Warnung. Danke. 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 Ich habe gehört, ich soll das Fest genießen. Also, ich möchte mich ja dann hinsetzen und dazugucken. Okay, dann habe ich ja nicht viel verpasst. Nö. Ja, nochmal Wärmen. Schön warm. Das muss man doch ganz nett. Ja. Ich folge mir und ich folge dir zurück. Ja, toll. Und das bringt mir was. Ich dachte, du sitzt da jetzt, bis das Fest vorbei ist. Oh ja, ich setze mich da hin. Ihr könnt die Musik genießen und ich gehe schlafen oder so. Oh ja. Ja. Komm da runter. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch was Häuser klöten? Auch die Hilfe? Jedes Jahr das. Jedes Jahr. Wenigstens geht er nicht auf einen Kriegerpfad. Das sieht lustig aus, dass der da macht. Ich bin da tatsächlich 30 Minuten gesessen. Oh wow. Ist dann irgendwas passiert oder haben die einfach nur 30 Minuten lang gesungen? Was geht? Oh, ich kann nicht mit dem reden. Ich bin der Kletterer, so heiß ich nicht, sollte ich aber. Wow. Nix passiv. Okay. Hört genau zu. Wow. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr will. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander. Im Schutz ihres Bettens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst fielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich. Monumente ihrer Bünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König. Eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metalltaufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metalltaufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an ihn zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metalltaufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für Eva. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort. Starr und schämtlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig. Und wurden zu wilden Betten. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt gehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die uns geschenkt haben. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein. Aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Ungläubigen beleiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr weckt die Wut der Maschine. Wir suchen nach kleinen Mora-Dungen und Mädchen, die nicht brav geredet sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Eine alte... Oh, die Horror-Story! Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam... Hat die mir jetzt gesagt, ich darf mein PC nicht anbeten? Oh, die Karte hat so richtig an mir. Es war ein Teil der Vergangenheit bleiben. Oh, oh. Ey, du hast deine Farbe geändert! Richtig. Aber ich sehe sie übrigens in OBS wahrscheinlich eh falsch. Wo bist du denn? Karl, was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Sie können dich vergessen. Wie großzügig, dass du jetzt zu mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherr, ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich hab es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde dir nichts vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witzkart. Schön, dich zu sehen. Haha, wäre bloß nicht zu nett. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Feld. Oh. Oh. Langsam feuernd. Abspielen. Schön, können gucken. Halt schau'rt. Ach, wisst ihr was? Ich nehm' den jetzt. Keine. Deine Scherben sind immer gern gesehen. Das glaub ich dir. Ich hab' ne Quest dafür bekommen. Oh. Ja, kann, kann man zwischendurch machen. Sollen wir einfach die Karcher unseren Stamm angetan haben? In Kürzeln segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit zwei Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karcher. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschichten von... Mörder und Versklavung! Mörder und Versklavung! Hey, hey. Erleuchtet, Hattel. Lass das sein. Nora, Gläubige, lass das sein. Ich bin Ossera, kein Karcher. Also sag ich's ganz oft. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie eure. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste dich, Karcher. Doch der 13. König ist tot. Seit zwei Jahren. Wer töte dich? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Ja. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abbas. Für 10. Erleuchteteilte. Trage sind sie hier. Ich bin dankbar. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du eine Ehe? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand schätze ich, wenn du in den Ruin der Metallwelt stöbern gehst. Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion? Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich. Ich komme wieder. Warte. Nein. Wir reden später. Ich muss los. Wow. Der Kater ist schlimmer, als ich dachte. Du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Und bin wieder modern geworden. Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas hier? Ach, er ist nur ein Hühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteht. Nichts für ungut. Hier steht er toll. Okay. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden. Auftrall geschützt. Stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Noah-Streiterin-Gesieh könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es echt ausgeschlossen aus. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es am Adler. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährt, liebt seine Familie und trinkt auch gern mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ja, dir steht er auch toll, Neira. Yay, danke. 140 Flauschpunkte. Ich hab das Gefühl, die sammeln sich schnell. Die Flauschpunkte. Mein Freund würde einen faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Kajar die roten Raubzüge. Das ist kein Wunder. Nee. Ja? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Bestimmt nicht. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Und hast du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene. Gemieden vom Stamm. Oh. Ja. Die Nora machen sowas. Trausam. Wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen? Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er mit, wieder andere Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften Tabla, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs, vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuger. So schafften wir das Unmögliche. Meridien einnehmen und den König töten. Und jetzt ist dein Sohn auf dem Thron eine große Verbesserung. Unter Abbad gibt es keine Opferung, keine Sklerberei. Alle Stämme sind jetzt in Meridien willkommen. Sogar Nora verwandelt. Du solltest vorbeikommen. Klingt super. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und braun. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Abbad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gab. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt? Ja, aber geopfert? Nein. Ein paar Karger können Ersha nichts anhaben. Sie kam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ein Mann vom Sonnenkönig selbst. Sie hat sie überlegt. Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Wie vielleicht ein andermal bei einem Junt oder drei. Oder vier. In die Oseram klingen die Zwerge. Streiten, schmieden und saufen. Stimmt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so gut wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaubst du mir? Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Unwünscht. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann lohnt es, es war schwer, sich zu jagen. Aber warum waren das jetzt noch weiß? Wenn man so klug war, aber gab und jetzt noch ein paar, als ob das noch nicht... Wie der Sägezahn? Ja. Das weiß niemand. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihn liebst? Der letzte König war ein schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Körger sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt. Und Häuser an großen Bergen. Und hier gegenüber steht der Turm. Wie eine Klinge des Himmels. Und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ich hätte da nochmal eine Frage an dich. Frag ruhig. Erzähle mehr über Ohne. Wenn er nichts anderes macht, ist er schwer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer kann in ein paar Jahre. Er ist ein Treuergefährd. Liebt seine Familie. Und trinkt auch gern Magen. Okay. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Ja, Mann. Es geht nicht, ja nichts an. Aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kappen. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf. Und ich meine, sieh dich an. Äh, wovon erzählst du da? Das weißt du denn auch. Wenn du mal in Militien bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Bestimmt. Ich habe zu weit gedacht. Kannst du den Blut und den Kajar in unser Land einladen? Du hast einen komischen Hut auf. Tadadadada. Tadadada. Abkürzung. Hi. Ja, das ist ein Film-Tutorial. Hey, Loi. Dein Platz ist gleich hier. Das war es dein Gebetslicht. Es ist... mein Geschenk. Ha. Blasphemie. Western. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu ehren, entzündet es nun. Du hast zu ehren, weil er so viel für mich getan hat. Ruhe, Mutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn die Ausdruck mit der nützlicher Ordnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, breit steigt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich länger schlüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Das war übrigens eine einfache Entscheidung. Ähm, hi. Hallo, Arzellon. Wie hast du geschlafen? Der hat doch eine sehr männliche Frau als Mutter. Ja. Mit Olin optional. Okay, ich fäll' mit Olin. Ja, was geht's? Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt nur von Erlend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses fest sein. Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut. Ganz ruhig. Was willst du wissen? Ich war müde. Gut, danke. Ja, ich freu' mich. Ich hab mir schon fast gedacht, dass du eingeschlafen bist. Haha. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine Nordrigt des Lands, das wir Oseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich hab meinen Fokus aus genau so einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch Stück anpasst, weißt du so viel wie ich darüber, frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wird. Oder Angst nach. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neun Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu vermerken. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Na gut, na gut. Haben wir aber nicht gerätselt, wo du steckst. Stimmt. Die Arbeit heute war auch doof. Ich habe mich auf einen ruhigen Tag gefreut und dann war Stress pur. Das ist aber doof. Gut, ich hatte auch erst überlegt, ob ich frage, wie wetten stehen, Nico? Der vollen Vater hat sich dann auch ausgeholt, weil du hast ja geschlafen. Ohlin, du bist doof. Ohlin, du bist doof. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruin, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ja, wie die Pest. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemühen zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Hm. Klingt überhaupt nicht verdächtig. Ich will mir kommen und meine Schicht übernehmen. Nee, 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 nee. Arcelon kann meine Schicht morgen übernehmen. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich. Jeder weiß, dass Tier-Sadi ausgestoßener als sie gewinnt. Party, wuuu, jaaa, reicht wieder, ja, 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 ja Oh, das ist das Rittenhaus. Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Ahnung, ist das hier. Haha. Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Oh, der ist nicht. Das ist eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Fautzahn sein, Bast. Lass es sein. Natürlich wird Bast gewinnen. Machen Sie doch nur anrufen. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber hast wollten sie dich auch nicht, ne? Du wirst mit gezogenem Speer auf eine Maschine zu geraten. Du lässt es zu, dass Bast derart mit ihr redet? Was ist los ausgestoßen? Hör dich nicht. Oder brauchst du... Ich mach dich fertig. Du kleidest dich sogar wie echte... Nura, wie ein Schwein in einem Bärenfeld. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrannt, Marks, für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Und man tauscht, die hat Zeit und Lust. Tja, dann kann er für mich arbeiten. Ich würde noch nie ein Schwein im Bärenfeld tragen. Ich auch nicht. Also, falls jemand mal ein Schwein sieht, das ein Bärenfeld trägt, ich hätte gern ein Foto. Okay, eine Zeichnung nehme ich auch. Ich will aber im Hochbett schlafen. Guten Morgen. Oh, ich kann hier noch was machen. Okay. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Hört mir einfach von und so. Yay. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du es? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen, ruhe dich aus. Das muss ja nicht großartig sein. die wollen den mädels nur unter den rott gucken das ist sicher wer will schon wissen dass ich bei einer firma arbeitet die sechs spielzeug herstellen verkauft mein job ja voll langweilig also beide es ist es ist es 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 in Scream ist jetzt aber nicht langweilig. Ich muss da hinten hin. Lauf! Blut! Müsste ich, lass mich zu leicht ablenken. Ich muss sie einholen. Hinten her steckt man auch still. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die ausgestoßene! Lieber hinter mir! Ich sah schlafen aus. Ich habe ja nur nebenbei Studentenjob, Homeoffice und Timesteller. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auf Lauf. What's three? Was wird Gewinn oder Vala? Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Warte, das ist ein alter Pfarr. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Das Eil! Ho 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 ho! Bei der Urmutter ist sie ihre! Sie bringt sich noch um! Ich habe einen Frontfall auf die Tanks schließen. Sehr effektiv. Macht Sinn, danke! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Naja, Stream ist ja eigentlich noch Hobby. Kehr einfach um und leckere zurück. Da! Ich muss aufholen. Das willst du doch nicht! Lass es sein! Wer führt? Ich sehe nicht! Na, und du schaffst direkt dahinter. Loch! Aber dafür, dass es noch Hobby ist, musste ich da ziemlich viel anmelden. Ich meine Gott! Ich meine Gott! Oh! Ich sehe nichts! Du! Viel! Schnee! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Wir hatten einen Stamm, aber ich hatte die Bilder. Präzision! Nicht genug! Los! Sei perfekt! Du musst nicht perfekt sein! Sei einfach du selbst! Schau! Er ist da! Und die Erprobung? Niemals! Moin! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin! Yay! Und schon da! Wir alle! Wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt! Doch es ist Aloy! Einst ausgestoßen! Jetzt Kriegerin! So! Wie gesiegt hat sich! weather Wie gesiegt hat sich… Haltet sie fest, bis die anderen da sind! Wir müssen hier weg! Das ist der Ausweg! Aber nicht, wenn sie auf uns schießen! Tote können nichts auf uns! Oh ne! Nein! Ja, ich hab die Kiste gefunden. Oh, ich bin super. Seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh. Headshot. Hey, ich werde gerade nach oben. Lauf drüber zum Seil. Tötet sie alle. Keine Zeugen, keine Überlebenden. Ich wollte doch noch looten. Hey. Lass sie in Ruhe. Gibt ihr noch? Oh, ich bin voll. Hey. Oh, warte mal, die gehört zu mir. Upsi. Wir schaffen das nicht. Ich bin auch mir, Mutter. Hilf uns. Erledigt sie. Vernichtet die Eindringlinge. Sie sind zu stark. Wir können sie nicht aufhalten. Der kommt doch hier drüben rum, oder? Ne, jetzt rennt er wieder zurück. Hä? Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Oh. Oh, scheiße. Nein. Mein erster Tod. 80.000 Punkte. Ich glaube, ich gebe heute mal ein paar Punkte aus. Nö. Hilfe? Wir kommen noch mehr. Wie viele sind das? Oh, daneben. Wegen erster Tod. Oh, bang! Es sind zu viele. Es sind zu viele. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter. Hilf uns. Ja, ja. Ich bin noch dabei. Nein. Hück dich doch nicht. Buh. Ähm. Wow. Der Rotschaft stirbt jetzt! Alle! Vorwärts! Ich muss hier echt mal den Counter resetten. Das macht so ne halb so viel Spaß. Na guuuuuck. Will das Ding haben? Weg! Au, 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 au! Oh, fuck! Voll gemein! Ups! Ich versuch was, wer hat. Wir haben Gesellschaft! Wir haben Gesellschaft! Uh! Heah! Wenn wir nicht fänden! Oh! Oh! Ich versuch was. Oh! 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 So, ein paar weniger. Das, was ihr könnt, könnt ihr auch. Komm hinter dem Stein vor. Au. 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 Cross darf nicht sterben. Oh, fertig. Ich bin der Lieben. Prost! Ist er sich sicher, dass ich den Sturz überlebe? Okay. Das Gelände raus. Nein, Mikrofilm! Nein! Was ist zu ihrer Mutter? Oh, nein! Aloy, es tut mir leid. Es geht zu sein. Ok. Die Sturz des Spiel anrufen. Die Sturz des Spiel wieder her. grounded. Er muss sie jetzt nicht sein. Wenn du das erleben kannst, hätte er auch eine Chance gehabt. Oh. Oh. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand... Nein, ich schon. Okay, Stufe 7. Eventuell überlegen könnte da ein Discounter für das Game und nicht für den Stream. Dann müsste ich jedes Mal eine 9 einrichten. Könntest du das in der OBS ständig ändern, oder beziehungsweise mir das immer aufschreiben und dann ändern. Hm? Let's go back. Hallo. So läuft es los. Und wo ist mein Fokus? Hier, ok. Jetzt bin ich etwa im heiligen Berg, aber nur Stammtetitel sind getreten. Ich sehe meine Augen nirgends. Ich sehe diesen frotten Fokus, wenn ich den Nader abgenommen habe. Wo ist das alles? Einfach das verweisen. Das Gossip. Hm. Ich bin leider für die anderen Spiele, die doch kommen. Hm. Ich bin das weiterzuhelfen. Naja, Tamm machst du nicht mal den Reset. Ich finde es interessanter zu wissen, wie oft du in dem Game gestorben bist. Zumindest interessanter als wir auch im Stream. Hm, ok. Jetzt ist es nicht. Wenn dein Spiel durch ist, wird der Befehl entsprechend für das neue Spiel angepasst. Ich sollte weitergehen. Ähm, das muss man machen. Oh, seine Tür. Ich will die Tür noch nicht benutzen. Erst umgucken. Hey, Traumfänger. Mit den Klassebefehlen von Mikrofilmen musst du dann nicht resetten. Ja, gooo. So. So, von da hinten habe ich geschlafen. Lob an Mikrofilmen. Oh, wow. Hier ist es. Doch, so viel. Oh, ok, ok. Dann kann ich auch durch die Tür. Ah, Lob an Mikrofilmen. Dann versuche ich, das demnächst mal einzurichten. Ich empfange eine Art Signal. Ich muss der kaputt ein Fokus sein, den ich die Mörder abgenommen habe. Nein, nein. Ich habe ein bekanntes Gerät entdeckt. Vermutlich ein Fokus, wenn ein Netzwerk für Bisschen besucht. Die Börteübertragung deutet auf jeden am Gerät. Börteübertragung deutet auf jeden Fall, wenn die ja die Maschinen und Co. alles so hassen. Warum leben sie dann hier drin? Skeptisch. Nee, alles gut. Der Fortschlag ist definitiv gut. Also hier drin, wo irgendwie alles voll mit. Das wird alles. Wie, ich darf da nicht durch. Stromstatus aus. Ja, mach mal Strom an. Oh, guck mal, da liegt was meins. Eine Art Energiezelle, wozu die Reboot ist. Die Lüde hat es halt nicht verfügbar gemacht. Oh, ich habe eine neue Quest dafür bekommen. Hm. Mal weg, muss Energie tanken für morgen um eins. Dann lass doch was zwei kommen. Ja. Ja, gut. Danke, dass du da warst. Da muss ich hin, da will ich immer mal. So, gibt's hier auch was Schönes? Außer mit zu der Tür. Nö. Spaß mit dem Spiel. Stimmt. Viel Spaß bei Lassau, fast zwei später. Spaß noch. Dankeschön. Du, dich eher schon zu Quest. Achso, zur Markierung. Da. Mit meinen anderen Sachen. Das ist eine Falle. Ja. 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 Seid ihr morgen um eins noch da? Könnte leicht passieren. Vermutlich dann nicht mehr ganz so lang, aber... Ja, ich, nein. Das ist wahrscheinlich. Entschuldigung, ich strebe immer zu lange. Wie gut, dass ich Spätschicht habe. Ich glaube, ich noch mal. Okay. Ich kann mir ja noch Punkte ausgeben. Oha. Das kannst du mir teilen. Ah. Oha. 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 Was man sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Allang. Versagt nicht. Ihr sagt, dass ich genauso bin. Ich komme jetzt. Warte auf Identiskan. Ihr dürft nicht länger auf Z hören. Hören endlich auf mich. Wo kommt er her? Was war denn? Tolle Mutter. Tolle Mutter. Guck mal, wie viel ich mir auch nachholen darf. Sorry. Hier mache ich das gerne, glaube aber auch nicht. Wenn ich nicht um sechs wieder arbeiten müsste. Hey, ich muss auch um sechs arbeiten, aber abends. Ich glaube, Aztlan, die Punkte zum Spielwünschen übrig. Oh Gott. Abends bin ich wohl schon bei meiner besten Freunde. Stell'n Gruß. Guten Abend, Frau von und so. Guten Abend, Nico. Wie geht's dir? Ähm. Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallträuzel vernichtete und dich gewahrt. Was? A-Loy. Das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegsdruck, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeflachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach. Und da warst du. Ich lag da einfach. Ja. Ich meinte, ich kann durch jede Tür. Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lanzlache, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Aber... Kein Geschenk. Einen Fluch. Aber... Das ist keine Göttin. A-Loy. Das ist eine Tür. Was ist denn dahinter? Da? Oh! Oh! Identity Scan wird durchgeführt. Oh! Die Göttin spricht. Die Frau ist da. Die Frau ist da. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Nein. Zutritt verweigert. Nein. Nein. Bitte. Bitte. Oh! Oh! A- пальmierie.. Oder hat sie gemeint. Verweigert. そして、 Ailar, meine Mutter untertitelt. ob sie dich kennen hast du nicht zugehört sie hat mich nicht erkannt wegen der verderbnis das waren ihre worte also wenn du die verderbnis heilst wird sie dich erkennen und wie sollte das gehen du hattest visionen von einer frau mit kurzem haar ja die mörder wollten mich weil ich wie sie aussehe aber sie sind unüberwindlich haben wir denn keine andere spurt er war einer der fremden am tag vor der erprobung die mörder sahen nicht durch ihn er liebt in meridian dann musst du das heilige land verlassen ich war immer eine ausgeschlossene warum nicht auch verbanter es geht auch anders komm dann machen wir es so okay ich sehe schon den anfang vor ein paar stunden angefangen jetzt mehr und dir auch mir geht super danke naja möchtest du heute zufällig nur bis mitternacht spielen damit haben du bis zwei verlängern kann hey das ist eine super idee eigentlich jetzt hätten wir das mit dem dorf reden jetzt geh weg von hier nach ganz weit weg endlich ein dorf jahre du musst weg und jetzt fällt mein mit stammüttern nur noch ein die hymne der buße zu singen und die urmutter um genade zu geben als ob sie nicht will dass wir uns selbst genade eindämmungslücke titanmeta legierung nach generkennung per identik generieren die mädagogische die mädagogische die mädagogische die mädagogische machen, wenn wegen meiner geiler Idee jetzt mein Abendprogramm mal früher ausfällt. Ja, da kann ich aber jetzt nichts dafür. Selbst Horizon spielen? Mikrofilme erst bis 6 Uhr arbeiten. Ich muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihnen nennt dieses Ding eine Sucherin. Ich bitte dich, Lanzra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wieder sehen. Bei der heiligen Gnade der Göttin, weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Noras-Dammes. Licht steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stimmen. Bleib dir froh. Ich bereite die Hymne vor. Cool, und dann ist es jetzt eine Sucherin. Tiersa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist ein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinfuhren. Auch außerhalb der heiligen Gnade? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Okay. Dann bleibt nur die Option mit dem Buch. Ja, genau, ran. Schreib mal ein Buch, ich will Testleser sein. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte. Wie die verdorbenen Lande, fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Ur? Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Ross ein Sucher? Nein. Ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, ey Leute. Vielleicht ein andermal. Irgendwie heißt es immer, jetzt nicht. Machen wir später, ne? Wo soll ich denn bitte das Papier nehmen? Ach, in deinem Handy. Hey Mikrofilm, bye bye. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, Enora kriegt Krupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch mal. Einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Mörderland verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle, allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Soll ich denen sagen, dass ihre Urmutter eine Maschine ist? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast in Erinnern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Lieber nicht. Ja, okay. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varun. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tieta. Für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Wegen Urmutter und so. Nora, Gläubige. Wir wollen beginnen. Reinigt euer Herzen. Soll es regnen. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend geschnürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Sorry, wir sind leider etwas weiter weg vom Handy. Ich glaube, nichts gehört. War was? Du sollst dein Buch auf dem Handy abtippen. So E-Book-mäßig und so. Werden alle gestorben. Gut. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Genau. Ich habe keine E-Book-App installiert. Muss du auch nicht. Du hast da so eine praktische Funktion, die nennt sich Notizen. Da kann man auch schreiben. Oh, es schüttet wie aus Eimern. Oh, eine Toch. Oh, mir fällt gerade ein, da ich ja keine Prüfung und so mehr habe. Hey, ich kann wieder anfangen, Japanisch weiterzulernen. Ich habe schon zu viel dabei. Ich habe gar nicht zu viel dabei. Wirklich das Kleid? Ich habe schon zu viel dabei. Ich bin mir nicht zu viel dabei. Ich bin nicht zu viel dabei. Eloi! Eloi! Hä? Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Ja. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Welche Ehre? Oh, ja. Die Männer haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein, sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er, er kämpfte für mich. Und ich dachte, ich habe nichts. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu scheinen anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er es sicher nicht bereut. Mach mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss dir jetzt durch. Dann musst du Rache fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlagen. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, die sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte. Das ist keine Zeit zum Verreisen. Doch. Es ist auch super Wetter, um zu reisen. Warum sollte Rache nicht helfen? Naja, er sagt... gemeine Sachen über dich. Ich bin ein mutterloser Fluch. Ausgestoßene. So in der Art. Ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr. Aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber... Sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja. War sie. Ich mag das. Ich auch. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tapp? Du bist mehr, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also... helfe ich hier aus. Ich komme zurecht. Solange ich die Pfade der Kriegermeister. Stimmt's? Ich muss jetzt gehen, Tapp. Die Urmutter sei mit dir. Wenn du jetzt verreist, hast du zumindest deine Ruhe. Bei dem Wetter mache ich bestimmt wieder eine Reise. Stimmt. Ja, Ruhe und Frieden. Wer durch will, dann Kiste. Er hat bestimmt keinen. Achso, ich bin froh. Ja, okay. Okay. Wieder mitnehmen. Okay. Die Frieden ist relativ bei den ganzen... Die mache ich mir alle einfach untertan, und dann passt das schon. Die werden alles meine Haustiere. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Ich kenne dich von der Erprobung. Bast hat meine Trophäe zerstört. Und du hast zugesehen. Du sprichst schlecht von den Toten? Du kennst gar keine Scham. Was hätte ich dir ein Pfeil reingejagt? Und du bedrohst mich. Auch noch vor Zeugen. Wenn die Erzmütter das erfahren, wirst du wieder eine Ausgestoßene sein. Glaube ich nicht. Ich bin zur Sucherin geweint. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tiersa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du sehr herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Res, komm jetzt. Ruhe. Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Ich mag den nicht. Was war das? Wie fast, danke. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Was hast du mir hergelaugt, du mutterloser Fluch? Klar, ist alles meint schuld. Ist okay, ich hab's verstanden. Hinten, Kiste! Kann ich nicht. Ich fall daneben. Oh Gott! Nein, ich muss den Tank treffen. Oh Gott! Ich hab nicht behauptet, ausweichen wäre meine Stärke. Au. Du musst keinen Haltfangen. Das ist ja gemein. Was mit Steinen? Oh, top. Oh, ich hänge irgendwo! Au, Stein! Oh, ich bin nicht da! Oh, unwitzig! Ja, ich hab's mal eben, Pfeile herstellen! Na, da ist hängen geblieben, hey! Toll! Oh, wo? Kann sie doch verwenden! Oh! Oh! Nö! Oh! 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 Oh, ich bin... Oh! 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 Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an. Okay. So, erstmal lochen. Das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammen blicken müsst, macht hin! Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Verbrückungen freigeschaltet. PSI freigeschaltet. Ähm. Läufer, Breitkopf, Wächter, Langenhals, Stürme. Okay. Ich würde mal sagen, die Liste war... ...übernehmen können. Und hey, wer hat es gedacht? Meine Kamera war am Weg. So, ich geh da mal. Ciao. Viel Spaß. Ihr dürft auch räumen. Tschüss. Ich hab damit nichts zu tun. Ich muss dieses Gerät testen. Ich will wissen, was es kann. Ja, deine, deine, deine Fahne... ...ist echt so windig? Glaube nicht. Ich hab's ja gesagt. Sie ist überall am Weg. Gut. Ab sofort, Streams. Oh, ne Cam. Ähm. Den hab ich schon. So, will ich, will ich eine schönere Rüstung? Ähm. 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 ... Ach, das passt schon. Okay. Hey, eine Gratisprobe nehme ich. Ist gratis. Ups. Oh, wow. Voll. Und voll. Ups. Festobjekt. Ein Akku für ein militärisches Holoschloss aus der Mitte des 21. Jahrhunderts. Okay. Rohstoffe. Hm. Hm. Wie sieht das denn? Hm, Modifikation. Oh, okay. Ich weiß nur nicht, wie ich sie anwende. Ach, das machst du schon. Krass, ich habe schon wieder fünf Fähigkeitspunkte. Ach, du Scheiße. Wir wissen, was das Gerät kann. Ist doch logisch. Es kann fünf kleine Frikadellen innerhalb von 35 Sekunden in der Mikrowelle warm machen. Ach, das hast du vorhin in der Mikrowelle gemacht. Wenn ich streamen würde, würde ich, glaube ich, auch ohne Cam streamen. Wenn jemand fragt, weshalb ohne Cam, werde ich einfach halten, weil du ja noch keine gekauft hast. Oha. Warum hast du noch keine Emotes? Weil ihr sie noch nicht gezahlt habt. Ach, ich bin, äh, 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 äh. Ich habe vergessen zu erwählen, ich bin auf die, ich habe mich auf die Warteliste setzen lassen. Für, für, für Emotes und Co. Ja. ich glaube sie geht bis august september irgendwann also dass das dauert noch ein bisschen aber hey ich bin auf der warteliste ihr habt doch mal von mir bekommen vorm losfahren das lerne ich denn das lerne ich das habe ich endlich mal genutzt stimmt das wollte ich vorhin noch machen den will ich auch haben muss ich keine steine mehr rufen ja ich muss keine steine mehr rufen ja naira es wird alles wieder gut ich rufe euch ihr steine dann kann mein geschenk deshalb ja wieder auslaufen stellere heilung finde ich auch super kapazität des medizinbeutels ich glaube nicht das ist ja okay vielleicht ist es doch so windig ich habe keine schwester also rl schon aber nicht im spiel da oben da geht's hoch aber hey wenn es dann mal soweit ist ich freue mich auf die emote ich brauche hilfe Vor zehn Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Hi auf Alke, danke für den Host. Und hi! Da. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Aber ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand gerückt, bis Brunsstrafe vorbei war. Aber auch nach drei weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Ja, wie geht's? Mir geht's super. Und dir? Warum wurde dein Bruder verstoßig? Brun war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein. Wir sind nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihn nach. Diesmal schlug Rom mit einem Stein zurück und brach ihn in Schädel. Ups. Das ist er. Die Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn sehr nah. Hätte ich ihn nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Warum heißt er eigentlich wie ein Element? Mir geht's supi. Nur etwas warm. Ja. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss. Finde ihn einfach. Bitte. Okay, Pintner. Rufe 25. Ich finde eine Verwendung für die Energiezelle. Jollolloll. Nein. Au. Falsche Taste. Au. Heute war es warm genug, dass ich ein Kleid anziehen wollte. Warum heißt Rost für ein oxidierendes Eisen? Warum heißt Rost für ein oxidierendes Eisen? Toll. Toll, Mikrofilmer dran. Setzt euch zusammen in eine Ecke. Und ein anderer Waschbär. Ja. Toll. Schon wieder oder immer noch. Ich habe das Bedürfnis, mit X zu sammeln. Ich habe das Bedürfnis, mit X zu sammeln. Einen. Eins. Es ist zu still. Viel zu still. Doch da hinten sind Gegner. Okay. Dann geht es ja noch. und runter geht was los aus habe ich auch gerade wieder was hast du auch das pinke Flauschermonster oder was ich habe nicht so viele emotes das muss Bromslager sein ich sollte diese Wächter ausschalten das ist eigentlich immer wie ich rufe jetzt brüchst du drüber nach denke ich habe Protagonistum Protagonistin heißt im Grunde Legierung so falsch geschrieben ich habe da irgendetwas wieder vergessen gehabt ja Azenon ich habe neulich wohl auch mal wieder wo gesappt ja ich weiß wo nur gibt es da noch keine Emotes also das dauert noch ein Lagerfeuer sohle holz asche kürzlich gelöscht hier meine ich nicht ich weiß ja ich ärgere nur ich bin ja keine Ahnung wo ich nehme es am Ende hat der nur äh keine Ahnung Wildschwein erlegt oder ein Hasen ja ich weiß Hehehehe. Elbrom. Auf jeden Fall habe ich gerade sieben Subs am Laufen. Also eigene und geschenkte zusammen. Ein Eimer. Ein Eimer. Geil. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der von dem sie stammt muss auch Spuren hinterlassen haben. Oh nö. Oh nö. Wir kriegen das wieder weg. Nein. Ja, so. Hey, ich sehe den Chat wieder. Ich habe den ganzen einen Sub am Laufen. Krass, ne? Ups. Ich sollte die Markierung wieder anmachen. Ups. Ah, da muss ich lang. PB, ne? Danke. Okay. So. Das ist mein Sub. Ich habe elf geschenkte Subs laufen. Toll. Ich glaube, ich gucke bei zu wenig Leuten. Ich habe auch nur einer am Laufen. Hier läuft nur der hier. Okay. 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 Übrigens. Der Sub, den ich laufen habe, das ist auch dann meine Emote-Artistin. Die laufen wir dann. Schön was die sein. Okay. Sie soll da aufzeichnen. Oh oh. Du siehst mich nicht. Ich hätte auch noch Pfeile nehmen sollen. Oh oh. Stop. Stop. Und dann ist das nicht. Nehmen. Und dann ist das nicht. Ne. Ich bin hier am Looten. Achso, ich bin schon wieder voll. Oh man. Ich habe zu viel Zeug. So viel ihm. Emotes. Irgendwann habe ich auch ganz viele. Dann gibt es eine Emote-Party. Warte. Hey, von hier komme ich doch. Oh man, 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 man. Sag ich doch, der hat ein Wildschwein erlegt. Was ist denn das Schrein geschändet? Das ist eine Opfergabe. Mann, Mann, Mann. Kennen die das nicht? Okay. Ah, ich hab die falsche Taste zum Ausweichen. 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 Ah, ich hab die falsche Taste. Ah, ich hab die falsche Taste zum Ausweichen. 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 Ah! Kriegt der ich noch? Ha! Die beiden ist viel weniger. Ach, warte, warte, das Spiel. Wow, ich krieg Hilfe! Ah! Ah! Voll daneben! Gein! Ja! Du kriegst mich nie! Renne, du Mistvieh! Buah! Ja! Der ist weg! Ja dann! Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Oh! Kann ich jetzt? Oh! 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 Weh jetzt weiter! Naah! Juan! Wenn es Rom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer! Kannst du ihn jetzt lozen? passiert ja in der weltgeschichte rum oder auch ja gefühlt bald durch die ganze map jetzt kann ich bestimmt gebrauch er soll geklattert ausgestoßen die map ist größer deutlich größer das sind die vorräte aus dem lager wozu sich erst stehlen und dann wegwerfen hey du hast doch gehört er ist ein bisschen höher im kopf das wird er wird schon seine gründe haben das ist ungesund wiederholst du das ist doch der ich schreie nicht du bist ein guter zuhörer also höre mir zu wie du den anderen zuhörst sie sagen ich soll nicht hinhören ok ok die geister der vergessenen von der urmutter verfluchte seelen ihre stimmen lassen mich nicht in ruhe sie wollen dass ich dinge tue menschen wehtu wenn ich zu den nora zurückgehe muss ich vielleicht sogar olara wehtun er er bringe ich mich um als das zuzulassen muss du denn auf die geister hören sie sprechen jetzt gerade mit mir sie sind immer da kümmern sich um mich leisten mir gesellschaft helfen mir außer wenn sie schreien so wie als dieser jäger mich niederschlug schlag ihm den schädel ein sagten sie das tat ich brum du lebst urmutter sei dank verzeih dass ich dir folgte ich musste selbst sehen dass er ok ist oh nein 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 bitte schwester ich kann dich nicht schützen ich brauche keinen schutz vor dir brum er fürchtet dass diese geister die er hört ihn gegen dich aufhetzen kann deine stimme sie verstummen lassen ja so wie es vorher war er hat nur einmal jemanden verletzt den provoziert hat ich ich will dir nicht wehtun aber die vergessenen ihre ihre stimmen mein kopf ist voll von ihrem geschrei für die rückkehr zu den nora ist brum noch nicht bereit aber er wird dir nichts tun olara ich weiß wo ich bleiben kann eine höhle im berg der urmutter dort könntest du mich besuchen solange ich stark bin das bleibst du brum ich helfe dir danke ich kümmere mich jetzt im brum mögest du ungehindert von dem vergessenen ent ewige gedächtnis der urmutter an hier oder so und wieder was gutes getan ich bin doof ich hätte klettern zu vielleicht lerne ich es ja irgendwann vielleicht lerne ich es ja irgendwann vielleicht lerne ich es ja irgendwann ja ich will mich ja mein freund ich will mich ja mein freund ok dann mal los komm jetzt mach schon ich will mich schon absteigen du und lern ein interessanter gedanke ich sollte noch andere maschinen ok man kann vermutlich nicht alle reisen aber vielleicht finde ich ein überwegt kampfgeräusche direkt vor den Toren die Tore scheinen zerstört zu sein sei vorsichtig muss ich da durch mit Pferd Pferd komm du schaffst das wooo Pferd weg oh schön zu sehen dass du überlebt hast Erzmutter Tierser sagt du kennst den Weg nach Meridian die Hauptstadt des Kaja Sonnenreichs du suchst Zuflurt nein ein Verräter namens Olin die Mütter machten mich zur Suche sondern damit ich ihn finde du solltest nach Norden gehen nach Mutterkrone falls du es schaffst sprich mit Marea sie zeigt dir den Weg falls ich es schaffe der Weg ist gefährlich seit dem Massaker im Kriegstrupp sind unsere Lande unbewahrt die Grenzen ungeschützt wir haben keinen Kriegsherrn der uns führt macht das nicht Rache nur weil Sona verschwunden ist ich würde sie selbst suchen aber sie befahl mir dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen und das tue ich Kriegsherren Sona wird vermisst? selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde hat sie mich aufgegeben sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt hast du dich nicht gemeldet? doch natürlich aber Sona wies mich zurück sie befahl mir nach den Verwundeten im Becken zu sehen und dieses Tor das Becken mit meinem Leben zu beschützen das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört es weiß also niemand ob sie noch am Leben ist wenn jemand da draußen überleben kann dann sie ihr Können ist legendär eine unbeugsame Kraft an der wir uns messen müssen sie scheint die Latte hoch zu hängen verlass dich drauf sie ist meine Mutter ich glaube ich musste langsam schlafen gute Nacht und schlacht gut danke du auch nächstes mal es gab ein Massaker am Kriegstrupp wie? als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten stellte Kriegsherren Sona einen Kriegstrupp zusammen aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen direkt in einen Hinterhalt ein Haufen verrückter Maschinen voller Verderbnis überfielen die Krieger und töteten sie die Kriegsherren schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen doch da waren die Mörder schon weg und unsere Verluste extrem ooooh schlafendes Nachthara ooooh apropos schlafendes Nachthara ich, ähm Pokémon Snap und so spiele ich dann im Stream, ne? Gewinnerin der Erprobung woher weißt du das? ich sprach mit Überlebenden du hast für sie gekämpft wie auch Barst und meine Schwester seine Schwester war Vala? es tut mir leid ich mochte sie ich dachte sogar wir werden räumlich es sollte nicht sein ich sie starb für andere kein Tod ist besser du sagst es auf den dieklauen Gefahren was für Gefahren? zu viele um sie zu nennen Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst Chaos zu verbreiten ja ich hab's selbst gesehen und Banditen die schleichen sich über die Grenze und überfallen uns das heißt sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen das Tor ist ein größeren Köche ich sollte jetzt gehen Aloy bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? der Stamm braucht ihre Führung ich würde sie selbst suchen aber sie sie befahl mir dieses Tor um jeden Preis zu schützen wo war sie zuletzt? am Ort des Kriegstruppmassakers eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen sie suchte die Mörder die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten die wir liebten und die dich töten wollten ich verstehe, Val ich tue was ich kann ich klicke jetzt durch dich erst dass ein neues angekündigt wurde hey dafür bin ich da naaaah er hört auf mich oh warte du oh warte du ja für sowas bist du tatsächlich gar nicht so übel danke hauptsache ich bin für irgendwas gut wenn schon nichts zur Unterhaltung dann wenigstens für Infos zwischendurch hey du du hast eine Quest hau raus geht es dir gut Jäger? wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? nicht wirklich und ich bin kein Jäger oder Krieger ich bin eigentlich niemand du solltest nicht mal mit mir reden wer immer du bist du bist verletzt was ist passiert? ich heiße Kren und ich wollte mich an der Prüfung im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen um naja besser zu werden es äh lief nicht so gut ansonsten bist du total langweilig weswegen ich auch fast jeden Stream da bin ja einen anderen Grund würde ich auch nicht verstehen genau so wieso sagst du dass du ein niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll ich habe einen Bogen gestohlen okay und wurde verstoßen das war vor der Erprobung so kann ich in dieser Zeit der Not nicht mehr für meinen Stamm kämpfen ich muss in der Wildnis leben ganz allein darum wollte ich ein bisschen trainieren ich bin bloß froh dass der Aufseher mit mir geredet hat ich glaube er ist ein Verwandter oder sowas und scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern es läuft nicht wirklich besonders gut für dich was kann ich dir irgendwie helfen nein ich komm klar mein Vater sagte immer nur Mutter hätte Pläne für mich zumindest bevor ihn ein Läufer überratet eben auch klar jo bis bald du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? also ich zog gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers da riss meine Bogensehne ich stolperte und ach vergiss es es war nicht schön okay ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet dort gibt es Prüfungen fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht der Aufseher ist auf dem Hügel dort da im Norden frag ihn wegen einer Prüfung du bist bestimmt besser als ich ich muss jetzt los rein ich muss jetzt los rein okay sei vorsichtig besonders Richtung Norden und schau im Jagdgebiet vorbei wenn du trainieren willst Prüfung nur Teilbeprüfung mit deiner Behälter von Holzstartbeprüfung erledige Grasor mit der Katja Stolperfalle ha Stufe 8 will ich hin das kriege ich hin das kriege ich hin ich bin irgendwie nicht gut darin los oh ein Händler entdeckt oh ah Sprecher ja du ich sprach mit Krenn er sagte dies sei ein Jagdgebiet um sein Können zu testen armer Krenn nicht der beste Jäger aber das macht ihm nichts aus mh trägst ein Sucherzeichen ich dachte schon die gibt es gar nicht du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter das heilige Land zu verlassen? ja aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen wirklich? dann können wir vielleicht offen reden es ist so ich bin hier für die Katja ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge in Meridian wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem du könntest genau die Person sein die wir suchen versuch dich doch mal an den Prüfungen doch damit eins klar ist ich würde begrüßen wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst besonders gegenüber den Stammmüttern du dürftest gar nicht hier sein oder? nein mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück den Stammmüttern würde das auch wir sind wahre Jäger wir zogen los um neue Herden und Maschinen zu finden und darum wollten wir auch in die Jägerloge doch die Katja hätten keine Nora aufgenommen also trugen wir Katja Kleidung als wir uns vorstellten nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen nicht ganz Karja nicht ganz Nora wir vermissten die Heimat wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden kann das denn gut gehen? ohne die Erlaubnis der Stammmütter? ich weiß nicht doch wir glauben nicht an ihre Regeln die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts sie zu ignorieren ja erzähl mir von den Prüfungen die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an bei denen Jäger ihr Talent beweisen können was bekommt man wenn man sie besteht? den Stolz auf sein Können und Abzeichen je nachdem wie gut man war hier bieten wir Werkzeugprüfungen an was für Werkzeug? zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen du musst einfach alles verfügbare einsetzen sogar deine Umgebung das siehst du sobald du eine Prüfung machst was ist die Jägerloge? eine Gruppe von Jägern die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten geführt von den Karja in Meridian du wirst sie treffen wenn du im Jagdgebiet drei Halbsonnen erlangst aber sei gewarnt sie mögen keine Nora welche Werkzeugprüfung willst du machen? ich erkläre sie dir entscheide dich teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt ich bin gespannt wie du dich anstellst ich bin soweit ich bin soweit ich bin soweit ich bin Lima Lass quer hoch 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 so hoch 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 feet Oops. Wow. Oh, komm mal zu. Wow, ich bin echt gut. Oh, komm mal zu. Oh, komm mal zu. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Oh, komm mal zu. Oh, komm mal zu. Oh, komm mal zu. Oh, komm mal zu. Ach, Mann, ich häng schon wieder. Das läuft jetzt aber nicht so gut. Oh, dann mach ich das halt später. Habe ich schon WB gesagt? WB-Azelon. Ich bin mir so schlecht. Ach, da geht's noch. Genau so läuft das dann bei mir auch in schriftlichen Prüfungen. Ja, hast du. Okay. Ach, doppelt hält besser. Okay. Das erste Mal sofort geschafft. Hier eine Halbsonne. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. So. Gut, ciao. Ich hab da hinten übrigens irgendwo ein Ausrufzeichen gesehen. Muss ich das haben? Ach ja, Frust. Irgendwo. Hat mir so angezeigt. Ja. Gibt übrigens gleich wieder Stuhltiffer. Dann guckst du da mal. Er sieht nicht wie ein Nora aus. Erstmal looten. Hey. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Nora Land. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja. Der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Paul sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Bleib mich immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum, geschimmelt links. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Mhm. Okay. Gut. Versuche gleich auch nochmal ein bisschen zu schlafen. Jo. Ist ja schon. Geht. So. Ähm. Gibt, ähm. Kurzstuhl.TV. Ich trinke schon wieder zu viel. Entschuldigung. Ich hoffe, wir sind alle wieder wach. ULTV-Hype. Das war richtig. Die Woche. Alsta die Woche. Das war richtig. Ich habe dich. Ich habe mich. Und ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Und ich hab dich. Und ich hab auch richtig. Und ich hab dich. Ich hab dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, der ist nix für eine feine Dame. Als ob ich eine feine Dame wäre. Du überragst dich nicht, weil du immer auf ihm sitzt. Das war gleich Stufe 17 oder so. Das ist nix für eine feine Dame. 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 Metallblumen... Das ist nix für eine feine Dame. Oh je, das ist eine Ruine. Hier ist es blieb und dunkel. Was ist das? Ich glaube die Alten haben solche Zahlen verwendet um die Zeit anzuzeigen. Hey, Code Nexus, Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Holoschloss, energetischer Sicherheitsmechanismus, Waffenstandard UI. Oh. 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 Und hüpft! Ui! Ich will jetzt einfach hier lang! Ich würde die Markierung mal wegmachen. Stopp! Nein! Oh! Spanze! Und ein bisschen davon! Und ein bisschen davon! Oh! Oh! Signal? Oh! Wo? Oh! 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 Ich wünsche aber mal noch viel Spaß und eine gute Nacht! Danke dir auch eine gute Nacht! Und schlaf gut! Ja, bis zum nächsten Mal! Schwingen! Schwingen! Oh! 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 Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es als Quest. Ja. Na schön, dass du das siehst. Ich nicht. Ich sollte mich übrigens zwischendurch mal... Alter. Ich habe keine Zeit, will ich! Oh! Oh! ... ... ... ... ... ... ... Der ist weg. Ich will doch nur auf den langen Hals. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja. Ja, nehmt ihr den Beinhochkettung? Oh. Ich habe anders auf seinen Hüten gelassen. Ja, klar. Ja, ich habe das Problem. Heute aus, kannst du dich da festhalten? Warum nicht? Warte. Die Maschine ist schnell. Die Maschine ist schnell. Ah, da ist noch einer. Hey. Ja, ich lebe. Ja, ich lebe. Warte so. Ui. Ich bin da aus der Treppe. Da kann ich hoch. Ich bin da aus der Treppe. Ich bin da aus der Treppe. Ich kann von hier aus auf den langen Hals springen. Ich bin da aus der Treppe. Ich bin da aus der Treppe. Ich muss zum Kopf des Langheils hochklettern. Nein, nein, wir haben gerade auch nichts zu tun. Nein, nein. So. So. Okay. Oh. Jesse! cloth Audience. Was machen wir denn? Lisa! Jagt ihr mir einen Herzinfarkt an? Ich weiß es nicht. Meine Fris. Hey. Hi. Ganz ruhig. Es ist gleich vorbei. Keine Karte. Ich glaube ich. Und sendet es auch an andere Maschinen. Ach du Kacki. Oh, also. Ja. Dann? Hm? Können wir jetzt zum Schlachtfeld. Los. Hey, Level up. Na gut, er dreht um. Ciao. Oh, schick. Oh. Danke. Magnetischer Impuls. Wenn der Gegner wehren, werden die jetzt weg. Und ich kann in Ruhe runter. Geil. Praktisch. Achso. Jeff-Andreatis-Show. Text-Daten-Punkte-Welt. Mörselmeldung. Datenbeschädigung. Wow. Text-Daten-Punkte-Welt. Transkription. Die Jeff-Andreatis-Show. 17.04.1962. Teil 4. Transkriptionen jeder Folge werden innerhalb von 24 Stunden auf andreatis.holo-transkript gepostet. Besuchen Sie Andreas.holo und melden Sie sich noch heute für Jeffs Newsletter an. Wenn man das tatsächlich eingeben kann. Jeff. Und da sind wir wieder. Hallo zusammen. Hier ist die Jeff-Andreatis-Show. Natürlich übertragen vom rational-kapitalistischen Immersikas-Netzwerk. Und kommen wir direkt zum Punkt. Es gibt diesen Trend. Unter jungen Leuten ausgerechnet nach China auszuwandern, um dort zu arbeiten. Sie wollen in Chinas Fabriken arbeiten. Körperliche Arbeit verrichten. Das ist einfach... Heute gab es diesen Artikel auf Kaffee-Intel. Einer dieser kulturellen Trendseiten, die bei den Aufklärern so angesagt sind. Und da stand, dass sich die Immigration von amerikanischen Staatsbürgern nach China seit 2050 verdoppelt hat. Und wie kommt das? Tja, Kaffee-Intel will uns weiß machen, dass die Unternehmenshoheit der aktuellen Lieblings-Boomern der Linken und die zunehmende Automatisierung ihrer Chancen hier in Amerika eingeschränkt haben. Leute, ich weiß, das muss ich den klügsten Zuhörern der Welt nicht sagen. Aber das ist absurd. Wisst ihr, was die Chancen dieser jungen Leute tatsächlich eingeschränkt hat? Schlechte Entscheidungen und nichts anderes. Gerade jetzt, in diesem Moment, steht jedem die beste Ausbildung der Geschichte zur Verfügung, der den Mut hat, sich um einen bescheidenen Kredit zu bewerben. Aber nein, diese Kinder, diese verzogenen, früher war alles Bessersager mit ihren nachgeplapperten, ungeprüften Vorurteilen gegen die fantastische Arbeit, die Unternehmen in aller Welt leisten und besonders in diesem Land. Sie plärren. Oh nein, ich will nicht in eine Unternehmensschule gehen. Ich will nichts Nützliches von erfolgreichen Leuten lernen. Ich will nach Vancouver ziehen. Ich will einen Abschluss in Besschkorps-Studien an der Bekiff-bis-zum-geht-nicht-mehr-Universität machen. Was genau hatten sie denn erwartet, wenn sie mit ihrem Abschluss in kreativer Ausdrucksweise von irgendeiner linken Bildungsschmiede an der Ostkiste kommen, von der noch nie jemand gehört hat? Leute, in diesem Land gibt es keine Abwanderung der Intelligenz. Es gibt eine Abwanderung der Schande. Und ich sage, weiter so. Wir werden hier gleich die Leitung freischalten. Wenn ihr einen Kommentar abgeben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns findet. Wie immer, keine Skins, keine Stimmverzerrung. Wenn sich jemand in meiner Show wie ein aggressiver Arsch aufführen will, dann bitte offen und ehrlich, ihr Feiglinge. Wow. Ich hab da noch was. Ich hab da noch was. Kommt mir bekannt vor. Beobachter Ereignisprotokoll USW17 Text, Datenpunkte, Maschinen Wird sein. 14.23 in 1 Sekunde. Robert 4F8 eingeleitet. Zyklus 808231. 14.23 in 1 Sekunde. Routing-Anfrage gesendet. 14.23 in 2 Sekunden. Keine Antwort. 3-Prime. 14.24 in 11 Sekunden. Inaktive Agenten Ping. 14.24 in 12 Sekunden. 43 von 46 in aktiv. Die, die wir schon gehört haben, ne, unten im Dingens. Uh, Sammelobjekte. Wir haben eine Blume. 1, 2, 3, Achtung. Maschinenorten. Rechte, Klipper, Raser, Blünderer, Derderber, Wegezahn, Langhals, Verdorbene Maschine. Ach, das ist das, was auf der Karte eingezeichnet ist. Okay. Oh, ich kann das lesen. Brutstätte keine, überbrücken unmöglich. Verdorben sind Maschinen stärker und aggressiver als in ihrer ursprünglichen Form, was sie zu sehr gefährlichen Gegnern macht. Schwäche Feuer, Stärke Verderbnis. Brutstätte Psi, Überbrückung entsperrt. Dieser Riese lässt sich nicht stören, er umkreist ein Gebiet und beobachtet Maschinen und seine Umgebung. Körper, harte Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche keine, Stärke alles. Ich glaube, die sind unkaputtbar. Klettergriff, Informationsantennen können als Klettergriffe genutzt werden. Schwäche keine, Stärke keine. Radar, Informationsspeicherhub, überbrücken für Infos über den aktuellen Bereich. Brutstätte Sigma, Überbrücken gesperrt. Eine aggressive Maschine, die die Distanzen schnell bindet und nach Kampfangebot einsetzt. Harte Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche Feuerstärke kein. Hohe Vorratsbehälter, Treffer von Elementen und Munition auf Elementenbehälter lösen eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schieße dieses Bauteil ab, um die erhaltenen Rohstoffe zu sammeln. Schwäche Feuer und Abriss. Feuer und Beutel. Zünderer Brutstätte Sigma, gesperrt. Ein Raubjäger, der sich mit seinen gefährlichen Maul und Laser gut zu Parteien hinweist. Harte Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche keine Stärke. Energiezelle, aus diesem Bauteil kann Zünderer Rohstoff erbeutet werden. Ein Treffer auf dieses Bauteil mit Schockpfeilen löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich elektrifiziert. Schwäche Schock und Abriss. Da da, die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert die Scanfähigkeit. Schwäche? Abriss. Sollte. Zünderer Brutstätte, keine Überbrückung unmöglich. Diese tödliche Kriegsmaschine lag lange unter der Erde und ist hitzeempfindlich, aber dennoch sehr beweglich. Schwäche Feuer, stärker Verderbnis, Körpersümer gleich. Granatwerfer, die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert die Gnachwerferangriff. Stachelwerfer, die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert die Stachelwerferferangriff. Nee, wirklich. Kling. Hitzekern. Dieses Bauteil liegt frei, wenn die Maschine überhitzt. Treffer darauf verursacht schweren Schaden. Schwäche? Anders. Boogie. Ich bin nicht schon gewesen. Kiraasa. Bootstätte. Sigma gesperrt. Fliegt, wenn er erschreckt wird. Führt vorher aber durchaus noch einen Angriff mit seinen Hörnern aus. Schwäche, keine Stärke. Braucht Lohüberhälter und Rothorblätter. Die Zerstörung dieser Bauteile deaktiviert Rothorblattern. Die Läufer. Brutstätte. Speed. Sie entsperrt. Erden Maschinen, die leicht aufschrecken und die man sehr leise oder sehr schnell erledigen muss. Zeitbar. Keine Schwäche, keine Stärke. Hat auch nur Behälter. Sie entsperrt. Die kompakte, neugierige und bewegliche Aufklärungseinheit, die ihre Gegner im Schwarm angreifen will. Auge. Treppe auf dieses Bauteil. Füllen der Maschine. Großen Schaden zu. So groß, dass es irgendwie ständig umkippt. Okay. Upsi. Wolle ich mich jetzt schon wieder durch die Gegend. Blut. Absolut kein Platz dafür. Da nehme ich alles mit, was noch in den Beutel passt. Was kann da bleiben? Oh. Filmen. sésten. Oh, Heilpflanzen. Was ist denn? Schwer gefunden. Viele Maschinen. Und alle werden... Nora konnten ein Verderber erledigen. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendein Hinweis, wohin sie gegangen ist. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Handeländer geschickt. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Untersuche das Schlacht. Okay. Oh, das ist ein Überlebender. WTF. Hey, was geht? Er redet nicht mit mir. Aber jetzt auf einmal. Ich bin verletzt. Was ist passiert? War es nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich eher nichts. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegsdruck warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei ein dunklerster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Ort tapte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Ware wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metalltaum, südöstlich der Ruin, bei Teufelsdorf. An einem Hang, an einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Ware Bericht erstatten. Wurrmutter, gebe dir Kraft, erst zu brauchen. Doch nein. Komm ich nicht von da? Ja. Toll. So, gehe ich jetzt zurück. Noch mal unseren Langhalsfreund besuchen. So, ruhig, wie da andere wegrennen können. So, ruhig, wie da andere wegrennen können. Und auch in deinem hohen Rost. Vielen Dank. Einfach hochklettern? Ganz ehrlich. Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Doch, wow. Nein, das tust du! Hoch! Wohin ist sie denn nachgegangen? Der alte Bohr hat schon von ihm erledigt. Niemand hat ihn freiwillig zurückgelassen. Zona hat Verluste nehmen müssen. Wir haben Kriegermunition hergestellt. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiter zu machen. Es ist doch Angstzeug. Der Bote war nicht der einzige Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Ja. Vielleicht ist auch Sona selber verletzt. Spuren, Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Und rennt halt trotzdem weiter aus. Schwache. Und das ist... Ju... Ich glaube, die sind verdammt. Ja. Ich glaube, die sind verdammt. Die sind verdammt. Die sind verdammt. Ja. Er ist tot. Wollte schon sagen. Schläft er oder ist er tot? Tschüss. Ich bin schlafen, ich habe auch vorhin. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Rache ist keine Lösung. Die Sünden der alten sind doch verraten. Verderbe gelogen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Dein Mutters wacht. Gewagt überhaupt. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Klar. Ich weiß ja mal. Ich weiß ja. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist los? Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Dann lass uns beginnen. Oh, warte. Nicht so schnell. Sie gibt mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn Sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Höhere Lohe-Behälter. Hä? Ah. Mehr kann ich nicht tragen. Das ist das geil wohl krass. Das ist das geil wohl krass. Ui, kein assassine. Oh le. Hat auch Stillenschlag gehabt. Aber nööööö. Aua. Au. Da ist viele! Uah ich bin nicht gleich tot. so viel zum thema leichtes gepäck doch Oh, Benno! Verwegen still aufschlafen Dann renn ich um! Oop! Oh! 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 Schick das doch hin! Oh! 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 Ich weiß, dass du da bist. Ich kann's förmlich riechen. Riechen? Sorry, ich hab geprobt. Da ist wohl jemand aufgehört. Oh nö. Funktioniert ein Headshot? Das war nicht. Entscheidet euch! Ich heiratet, du sollst eventuell durchduschen. Kann ich auf neun Meter Entfernung riechen? Das ist Duschen? Was ist dieses Duschen? Gut, ich bin aufgehört, dass es sehr gut ist. Da hinten habe ich mich nicht gesehen, ich bin begeistert. Ich weiß nichts von der Leiche. Das kann ich dir morgen mal zeigen. Okay. Das ist mir zu privat hier. Ich wollte doch nur wissen, was Duschen ist. Hallo Alice, hallo Parathum. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich habe mich gar nicht gesehen. Ich bin begeistert. Weil die bei einer Explosion ja auch instant wissen, aus welcher Richtung das verursacht hat. Huch, da ist ja noch jemand. Keine Munition, das kann ich ändern. Ich bin begeistert. Ich habe mich immer nirhe. Ja, jetzt ab. Mist, Vieh. 逆 wird nicht echt tun aber die wissen ja irgendwie direkt aus welcher richtung Da haben wir aus. Komm. Was? War was? Da oben? Da kann ich bestimmt gleich wieder riechen. Komm raus aus deinem Versteck! Okay. Ich bin unsichtbar. Da ist ein neues Gate-Eingang, zwei bis drei Dinge zu stellen. Okay. 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 Oh. Das muss nicht jetzt sein, man hört, glaube ich, alles. Das Problem ist bei mir, wenn Rand zum Beispiel da ist, den hört man sonst auch. Ach, Mann, warum war das kein scheiß stiller Schlag mehr, hä? Mist. Die Quest ist doch kacke. Warum killt mich einfach, ist okay. Was ront ihr denn gar nicht zusammen? Doch, aber der ist gerade arbeitend. Hm, das wird zu schwer. So. Oh, nix. Da oben was gesehen? Nee, ne? Ach, leck mich doch. Arbeiten hier bei Twitch chatten. Das ist halt der Job. Ach, Mann. Leck mich doch am Arsch. Das haben die doch sonst nicht gesehen. Die Quest verarscht mich. So, ich begehe jetzt selbst mal. Kann ich gar nicht. Vor allem verstehe ich auch nicht, wenn ich den Fass zum Explodieren bringe. Wohlgemerkt versteckt, dass die direkt wissen, wo ich bin. Und das Fass explodiert... 30 Meter irgendwo anders. Aber hey... Es macht keinen Sinn. Ach, diesmal sieht mich keiner. Ist klar. Du schaffst das. Was, ich glaube an den Dich. Da liegt der Leiche. Nein. Deko, das musst du. Nein, du hast mich nicht gesehen. Hast du die voll eingebildet? Das war dein Kumpel da, den du... Ähm... Ja. Wo? Erde? Das ist keine Leiche. Das ist eine sehr realistische Puppe. Ja. 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 Der sieht mich nicht. Hey du! Ciao. Hier? Cool. Für den Besuch Kaffee und Kuchen. Sieht nicht gut aus. Ich habe hier einen Kuchen, würde ich super finden. Jemanden von uns hat es erwischt. Ja. Äh... Ähm... War ein Unfall. Setz mal her. Nein. Du bist schon hier. Ich ruf dich nicht umsonst. Also die Maschinen sind intelligenter. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm. Ich kann durchatmen. Kannst du? Ach, er hat ja eine Leiche gefunden. Ach so. Äh? Hallo, reagiert auf mich. Ich... Danke. Okay. War das nicht. Ich stecke in einen ganz anderen Busch. Ähm. Ja. Deine braven Maschine. Und stürm. Hey Toastie. Willkommen zurück. Glück. Ich dachte. Okay. Hey, level up. Wotten ist mal weg. Ich kann ja nicht mehr sehen. Doch, du bist völlig allein. Und deine Blumen. Nein, du hast mich gar nicht gesehen, du Sam. Oh, macht der so viel Schaden? Die anderen haben doch auch nicht so viel Schaden gedrückt. Wenn er stärker ist. Ist doch gar nicht. Das ist voll der Nu. Oh, nein, schon wieder. Oh, legt mich am Arsch. Oh, legt mich am Arsch. Höre, ich bin gar nicht da. Aua. Ach, da. Ach, Mann. War eben noch nicht da. Oh, du hast irgendwie nur weggeklatscht. Gib dir gleich noch. Wir brauchen schon Stealth. Ja, aber anscheinend. Hau dich gleich ran. Hm, das wird zu schwer. Ich weiß, wo du arbeitest. Du hast gesagt, das wäre ein Noob gewesen. Ja, und? Einmal hinten. Na dann, komm her und bring was zu essen mit. Nein! Du kriegst kein Essen. Nur Schläge. Ich kann dich hören, glaube ich. Glaubst du das? Ist doch schön. Jemand von uns hat es erwischt. Ja. Ah, genau. Bist du ein Firmen-W-Lan? Nein. Wir haben keinen W-Lan. Ja gut, da kommen halt ohne Essen. Da. Jetzt war ich da. Ah! Verzieht euch wieder! Ach, ist nicht dein Ernst! Oh Gott sei Dank! Oh, der hat die anderen gerufen. Na dann! Wer ist verschwunden? Was? Irgendwie? Spiel wird gestartet. Ja, viel Spaß! Wann du verbrauchst zu viel Internet? Zumindest Handy-Volumen. Na dann! Na dann! Na dann! Na dann! Wer liegt hier? Ja klar! Er hat das halt da hinten gesehen! Hier liegt eine Leiche! Ganz ruhig! Da ist nichts von der Leiche! Der hat mich berührt! Ich habe insgesamt die Woche über 16 GB, wie viel ich wohl noch habe! Hm! Falls du nichts mehr hast, könnte es teuer werden! Ich habe eine Telekom-Hotspot an meinem Bürofenster! Ja, lol! Null! Wir haben Besuch! Schau mal! Schau mal, kein Twitch auf der Arbeitssache! Arbeite! Was? 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 Arbeite? Nee! Ich arbeite auch! Naja, zumindest laufen meine Maschinen damit! Ach! Ach, solange die Maschinen laufen! Jetzt kommt er auch endlich her, du Mistfee! Ich fühle mich ignoriert! Ich habe die Maschine kaputt gemacht! Komm jetzt her! Aha! Das war's! Ach, das war's! Alles klar! Ich schaue mir dich in dem Job aller Homer Simpson vor! Ich schaue mir dich in dem Job aller Homer Simpson vor! Ich gucke ja nur nebenbei! Ich bin noch ein bisschen am Handy abzocken! Und ich kömere mich um meine Anlagen! Multitasking also! Ich dachte, du kannst das nicht! Wir werden angegriffen! Wird angegriffen? Gar nicht! Der war da aber eben noch nicht! Der war noch viel weiter weg! Und ich spiele mich nicht! Ach! Aha! Toll. Ich hab mich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich könnte eine Mission gebrauchen. Brenno, Mistkerl. Du darfst aufbrennen. 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 tschüss war's das? wow ich hab's geschafft ich hätte einen wagen mitnehmen sollen ja bin ich auch dafür hab sofort einen wagen mitnehmen lief doch ganz gut oder so es ist nicht vorbei es waren viel mehr beim hinterhalt viele mehr wenn es sein muss ja, geh ich diese verfluchten dreckskerle bis nach Speerbreiten oh ja du bist verletzt, du verlierst Blut meine Gesundheit geht dich nichts an niemand zweifelt in deinem Können aber du brauchst Ruhe sie hat recht, Kriegsherrin gib deinen Wunden Zeit zum Heilen Val, was machst du denn hier? du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen das hab ich auch bis dein Bote kam um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort das Tor ist bestens bewacht mein Platz ist hier bei dir für die Vergeltung das ist man mir schuldig ähm, ich, ja könnte mich hier mal umsehen vielleicht finde ich heraus wo die anderen Mörder sind tu was du willst wie alle anderen Mutter untersuchen kriege ich glaube ich hin oder so die anderen Mörder sind das ist man mir schuldig wie auch immer schuldig das ist man mir schuldig die anderen Mörder sind das ist man mir schuldig ja da war ich doch eben schon das ist man mir schuldig was sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert sicher vor Funken und Blähschlag und ich habe Posten Vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend Ähnliches zu veranlassen oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein loher Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Hey, ja. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie. Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suche Segen uns beschützen. Ich sende Späher vor Rast. Wir werden uns am Felsen über dem roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Gut. So. Ja, ja. Und auch. Ich mach das bei Lieben, Leute. Ich bin da hoch. Ich bin da hoch. Anders. Ja. Ja. davon hätte ich gern ein paar mehr eigentlich tatsächlich heilpflanzen und nicht irgendwas anderes jetzt hier ab sein hey normaler weg wow hey planten Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte nicht mitten durch das Vanditengebiet. Ich könnte die Quest übrigens mal markieren. Ich meine das Auge. Ein Platz. Boom. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Mati-Familie, was für ein von Cox das Kind ich war. Theresa? Was ist hier? Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Hey, du. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich nie. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditen-Schlauch. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus, wie die Dürmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen wie Blut ist die Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgen dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenlöser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeilen und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umgeben? Ich kenne dich nicht. Und ich hab keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst vor dem Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaub nicht, dass du nur irgendwas bist. Hm. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Trudus Schrein. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Ja, ich bin auch gespannt. Das ist der Alarm. Lass ihr Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind dann die Gefangenen. Ah. Danke. Soviel zum Thema leichtes Gepäck. Ein gesprungenes abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, zeigt eine seltsame fliegende Maschine. Im Netz von alten Gefäßen können Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Ach no. Oh. Joder. Wie geht der Speicher? Ja. Nein, jetzt nicht. EFH ist Einfamilienhaus. Wann? Hier liegt einer. Wo? Der tut nur so. Der schläft. Ich mag es mal herkommen. Ciao. So. Der Regen wird meine Spuren öffnet, hab ich. Ist da draußen etwas? Wie weit wir sind, äh, noch nicht so weit. Ich glaube, ungefähr vier Wochen kommt die Bodenplatte. Da draußen hat jemand aus uns abgezogen. Da! Ach, da oben! Immer noch auf der Suche nach mir. Ein Alarm. Sie dürfen ihn nicht erreichen. Sie werden ja wohl... Kommt ihr den Alarm auslösen, wenn sie ihn sehen. Glaub ich. So, Bruder. So, Bruder. Würde ich dir noch nie tun. Oh. Endlich. Baby, endlich. So. So. Durch ein Druckpolster eingebaut. Unter der Bodenplatte. Ja, 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 ja. Das kriegen wir. Oh, ich kann hier seitlich hochgucken. So praktisch. Siehst mich nie! Ciao. Ich will kein Looten. Ja. Ui! Da, da, da. Ja. Ante? Ja. Ist der in der Eifel fest im Vulkangestein oder ist der Schotter ein Meter dick und aus Vulkangestein? Der Schotter ist aus Vulkangestein. Und ich glaube, er war nicht ein Meter dick. Dann war ich 20 oder 40 Zentimeter, aber nicht ein Meter. Kann ich das kaputt machen? Jo. So. Jetzt bewegt dich mal weniger. Oh, was? Oh. Oh. So. 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 Gute Zeit! Bauen wir das Beste, meistens Reißrecycling-Shatter 30cm. 20-40 hatte der TI-Power vermutet, da wir die Bodenprüfer meinten, ne da muss ein Meter hin. Okay. Achso, die gehören zu mir! Upsi! Entschuldigung! Soll die Konkurrenz auf den Boden gut achten? Also, unser Einer-Nachbar gar keins. Denn die Konkurrenz auf den Boden gut achten! Und dann auch für die Konkurrenz auf den Boden und das Ganze Housemaschieren. Wenn man justinha und schmerzt, dann muss man nicht schmerzen. Soll das Schmiddels hier ein und das Schmerzen hier noch da mal geht! Also, ich mache jetzt einen Mögen. Da scheinen aber noch bei Dieten zu leben. So nicht hoch. Hey, Baditen! Aha! Hier ist einer aktiv! Braua! Wo warst du? Achso, fertig. Sucherin, darf ich mit dir reden? Was musst du gucken ran? Ich habe anscheinend eine Nachricht nicht bekommen. Sucherin, würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Oh, was hast du denn so? Helltränke? Ja! Oh, was soll ich denn machen? Oh, ich soll mit Nil reden! Oh, der hat sich wieder auf seinen komischen Berg verpisst! Er hätte auch ruhig da bleiben können! Nein! Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest! Dann lass es raus! Ach, hab deinen Partner nicht gefunden! Ja! Er ist tot! Überrascht mich nicht! Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Band in den Lagern wieder nähten! Ich dachte, er und ich wären uns einig! Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung! Kein großer Verlust! Ich werde mit allem in der Wildnis fertig! Nur ich und die Stimme werden kontiniert! Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht! Du bist nicht nur ein Reisender! Die Rüstung ist maßgefertigt! Und wie du den Bogen hältst! Ich sagte, ein besorgter Reisender! Ich war Soldat! Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du geschliffst! Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Hauptträgen... Da ist mein Platz! Also schaffe ich mir Gelegenheiten! Dann fühle ich mich zu Hause! Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen! Haben Venditen dir ein Leid angetan? Uns allen! Sie leben ein mieses Leben! Also können sie auch so sterben! Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein! Zum Spaß! Ich kann nicht mehr auf Kriege warten! Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark! Töte ein stammes Mitglied und es gibt Vergeltung! Jage einen Eber und sie leckern über Fleischverräumung! Aber Venditen? Die sind böse! Sie schlagen stets zurück! Und niemanden nutzt, wenn man sie töte! Ich weiß nicht, wer schlechter ist! Du oder sie! Wir stehen doch! Sie nicht! Wir machen eindeutig besser! Die Weste ist zu kurz! Von wegen Mars gefertigt! Wir sind hier fertig! Ah, das muss so! Leider ja! Aber wir leben in einer Welt darüber! Die locken Banditen an die Wunden an die Infektion! Du lässt es nicht zur Infektion kommen! Wir sehen uns sicher wieder! Vielleicht, wenn's unumgänglich ist! Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk! Mode der Zukunft oder so! Ähm... Ja, wow! Tschüss Internet! Gut! War, 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 war... War ein schöner Stream! Scheiß Upload! Wow! Okay! Ich, ähm... илog Lä DESK Ich dachte, es liegt an mir! Nöööö... doch kaum grad nur, Verbindung verloren... Und dann kam irgendwann, die Verbindung war wieder da. Gut. Scheiß Upload. Wow. Okay. Dann. Upload ist aber immer noch kacke. Lässt zwischendurch da, dann schmiert er wieder weg. Und... Jo. Ich glaube, ich würde dann ausmachen. Wenn der Upload schon sagt Nö, dann ... ...ja ok, dann ... ...dann ist doof. Ich muss so irgendwie... äh ... steichern. Achja, im Banditenlager gab es was zu steichern. Jo. Ah, war schön. Kein Platz mehr. Ach, irgendwo? Irgendwo in diesem Lager? Das war ein Lagerfeuer. Und ich weiss nicht davon. Nein, ich will nicht. Oder willst du? Welche Ehre. Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns. Jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Wo kamst du denn alle her? Manche von uns haben Jahre das Heilige Land durchstreit. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kaja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens. Allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unter dem Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie. Legte mich mit den Kriegern ab. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wir sind alle Ausgestoßene. Aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hierbleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Hm. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Gut. Und da kann ich speichern. Ah. Ähm. Warte, da eben auch schon. Okay. So, dann würde ich jetzt einfach ausmachen. Bevor der Upload wieder abkackt. Ich bin verwirrt. Ist okay. Ich habe gespeichert. Dann. Ich bedanke mich fürs Zukochen und dabei sein. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Vorsichtig Samstag. Also. Sehr wahrscheinlich. Ist ja immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.